Der Grab von Adam Smith Adam Smith wird sehr verehrt. Er schrieb ein berühmtes Buch. Ich weiß nicht, wie der Titel auf Englisch heißt, aber bei uns in China kennen es die meisten. All of us know it. Der Smith-Klassiker, der Wohlstand der Nationen, gilt vielen als Geburtsstunde des Kapitalismus. Die Historiker dagegen meinen, das System sei weitaus früher entstanden und die Gesellschaft sei bereits tief davon geprägt gewesen, als das Buch erschien. Smith wuchs in einer interessanten Hafenstadt an der Ostküste Schottlands auf. Er lebte in einer Gesellschaft, die eine tiefgreifende Revolution im öffentlichen Leben durchmachte. Die Glorious Revolution in Großbritannien führte in Schottland zu einer religiösen Revolution. Wenig später wurde Schottland 1707 durch ein Gesetz, das heute noch in Kraft ist, mit England vereinigt. Und das wiederum löste eine politische Revolution aus. Diese Revolution bescherte im öffentlichen Leben Schottlands, soweit es auch Smith betraf, den mittleren Ständen eine große Verpflichtung. Die Verpflichtung für die Verbesserung des öffentlichen Lebens zu sorgen. Die Verbesserung schottischer Institutionen, die Verbesserung der schottischen Religion, die Verbesserung vor allem der schottischen Ökonomie. Als Smith 1778 von Kirkordy in dieses Haus zog, lebte er mit seiner Mutter zusammen, die zu diesem Zeitpunkt eine gebrechliche alte Dame war. Als Smith in Kirkordy lebte, blickte er auf einen langgestreckten Strand und die See. Hier sah er auf Gärten, er sah auf die Canongate-Kirche, deren Gottesdienste er mit seiner Mutter besuchte. Interessant ist auch, dass Smith aus einem dieser Fenster zu dem Monument für seinen ältesten und besten Freund und Partner David Hume hinübersehen konnte. Humes und Smiths philosophische Partnerschaft beeinflusste die schottische Aufklärung, sie haben sie maßgeblich gestaltet. Intellektuell glichen sich Hume und Smith wie ein Ei dem anderen. Beide trieb der Ehrgeiz an, eine Philosophie zu entwickeln, ja, eine ganze Wissenschaft, die die Grundprinzipien menschlichen Verhaltens erklären würde. Und darüber hinaus die Grundprinzipien der Gesellschaftsform und des historischen Wandels, ohne den geringsten Bezug auf die Religion. Any reference whatsoever to religion. In the beginning, there was empty space. And in this empty space, there emerged a primordial fireball. Billions of years ago, this fireball exploded. Adam Smith war, genau wie andere Philosophen seiner Zeit, auf der Suche nach Gesetzen, die die Entwicklung der Menschheit erklären. Er wollte die Ökonomie als eigenständige, einer natürlichen Ordnung gehorchende Wissenschaftsdisziplin verankern. Die Naturwissenschaft war ein Glaubenssystem dieser Zeit. Als Gott und die theologischen Hierarchien allmählich an Bedeutung verloren, bildete sich unter anderem die Vorstellung heraus, dass wir das Universum nicht länger als Gottes Schöpfung betrachten können, sondern als etwas betrachten müssen, das einer Art absoluter Logik gehorcht. Im 17. Jahrhundert sah der schwedische Botaniker Karl von Linné die gesamte natürliche Welt als vollkommen in sich geschlossenes und hierarchisches System. Er arbeitete an einem Projekt, das er Systema Naturae nannte, das System der Natur. Darin wollte er die natürliche Welt in ein logisches Modell überführen. Vorbild für sein Modell war die Monarchie. Er teilte die Natur ein in ein Tierreich, ein Pflanzenreich und ursprünglich auch in ein mineralisches Reich. Linné übernahm die gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit und verwandelte sie in eine natürliche Hierarchie. In anderen Worten, Hierarchie war somit nicht durch das Schwert geschaffen worden. Hierarchie und Ungleichheit waren vielmehr von Natur aus gegeben. Im 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert Smith, herrschte in vieler Hinsicht bereits die Vorstellung, Vernunft, Wissenschaft und Strukturen seien die Grundfesten der Wahrheit. Anno 1763, knapp 30 Jahre nach dem Erscheinen von Carl von Linnés Systema Naturae, kommt Adam Smith nach Paris. Noch immer zerbricht er sich den Kopf über eine natürliche Ordnung innerhalb der Wirtschaft. In Paris schloss Smith sich sofort im Kreis der Physiokraten an, den Ökonomist um François Quenet, ihrem führenden Vertreter. François Quenet war weder Philosoph noch Wirtschaftswissenschaftler, sondern Arzt. Und China faszinierte ihn über die Maßen, was durchaus bemerkenswert ist. Er stand Konfuzius sehr nahe und dessen Vorstellungen von einer natürlichen Weltordnung, von ethischen Tugenden, von einem natürlichen Gleichgewicht der Gesellschaft und einer relativ starren Wirtschaft mit unantastbaren Produzenten. Quenet kommt zu dem Schluss, für die Wirtschaft muss ein Kreislauf konstruiert werden. Es gilt zu definieren, wer sind die Erzeuger, wem wird verkauft, welche Produkte sind es und für wen sind sie bestimmt. Sämtliche Handelsströme, ob von Waren oder von Geld, sollen dargestellt werden. Zwei Ärzte begründeten die klassische Ökonomie. Die Ärzte William Petty in Irland und François Quenet in Frankreich, Gründer der Physiokratie. Vorbild für ihre Auffassung eines Kreislaufs zwischen Produzenten und Konsumenten war der Blutkreislauf. Sie sahen die Wirtschaft wie einen menschlichen Körper. Und so wie im menschlichen Körper der Blutkreislauf die Organe versorgt, zirkuliert in der Wirtschaft der Lebenssaft zwischen Produzenten und Konsumenten. Kenei war geprägt vom chinesischen Gedankengut des Konfuzius. Daher meinte er, alles wird von einer natürlichen Ordnung beherrscht, mehr noch von einer göttlichen Ordnung. Und diese galt es zu bewahren. Insofern ist es normal, dass Smith und andere nach ihm diese Idee wieder aufgreifen, beziehungsweise die Anschauungen der Physiokraten als wichtigen Einfluss nennen. Schließlich beschrieben sie als erste diese natürliche Gesetzmäßigkeit und zeigten auf, wie sie zu erhalten sei. Nach Adam Smith hätten hier, an diesem entlegenen Fleckchen Erde, die Naturgesetze des freien Marktes überprüft werden können. In Smiths Werk können wir den Versuch erkennen, eine absolut umfassende Wissenschaft des Menschen zusammenzutragen. Der Ursprung der Wirtschaft, so Smith, liege verankert im natürlichen Hang des Menschen zum Tauschen und Handeln. Als Beweis verwies er auf die wilden Stämme Amerikas, wie er sie nannte. Adam Smith war der Erste, der dies wirklich ausarbeitete und darlegte. Es war einmal vor langer Zeit, da gab es kein Geld und die Menschen tauschten alles direkt untereinander. Ich gebe dir 20 Hühner für diese Kuh. Na gut, vielleicht 25. Die Leute verhandelten und kamen zu einem Abschluss. So funktionierte die Wirtschaft. Aber was, wenn keiner mehr meine Hühner will? Also einigen sie sich auf etwas, das jeder will. Und das wird das Geld. Smith verfolgte eine revolutionäre Idee. Er wollte die Wirtschaft in vitro studieren. Bloß gelöst von ihrem sozialen, kulturellen, moralischen oder religiösen Kontext. Genau so, wie ein Forscher für ein wissenschaftliches Experiment vorgehen würde. Intuitiv erscheint das logisch, aber es stimmt nicht. Niemand hat bisher einen Ort aufspüren können, wo solche ursprünglichen Transaktionen stattfinden. Denn diese Vorstellung geht davon aus, dass selbst in einem jungsteinzeitlichen Dorf jeder mit jedem Handel treibt, auf die Weise, die die Ökonomen als Promptgeschäft bezeichnen. Ich gebe dir was, du gibst mir was und alle sind zufrieden. Die von Adam Smith formulierte Tauschtheorie hätte bei den Jägern dieser isolierten Gemeinschaft leicht getestet werden können. Vorausgesetzt, dass sie ihre Jagdtrophäen miteinander tauschen. Was ist das? Ein Packer. Das Problem, einen solchen Tauschhandel hat es nie gegeben. Wird das Fleisch aufgeteilt oder bringt nur der, der Beute gemacht hat, Fleisch mit nach Hause? Ja, nur wer Beute gemacht hat, bringt Fleisch nach Hause. Früher war das anders. Das Tier wurde gekocht, vollständig, so wie es da liegt. Mitsamt Eingeweiden kam es in einen großen Topf. Wir bereiteten es zu und luden die gesamte Dorfgemeinschaft zum Essen ein. Alle aßen gemeinsam. Die Anthropologen nennen ein solches System gemeinschaftlichen Gebens und Nehmens Reziprozität. Für die Maihuna gehört es, wie für die meisten Indigenenstämme, längst der Vergangenheit an. Das Paka wird nicht mehr gemeinsam verzehrt, sondern auf dem Markt ein paar Bootsstunden weiter verkauft. Das System der Reziprozität funktioniert innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Familie. Und wenn wir von Familie sprechen, ist natürlich die Rede von Großfamilien, deren Mitglieder mitunter sehr zahlreich sind. Wenn ich jage, bin ich verpflichtet, bestimmten Personen etwas von der Beute abzugeben, da sie zu meinem sozialen Verwandt gehören. Wenn sie ihrerseits auf die Jagd gehen und ein Tier erlegen, werden sie das Gleiche tun. Beim Fischfang ist es genau dasselbe. Es handelt sich hier nicht um Tauschhandel, denn Tauschhandel heißt, nimm dies und gib mir das. Hier aber lautet das Prinzip, ich gebe dir und wann immer es dir möglich ist, gibst du mir. Adam Smith ist eigentlich kein Vorwurf zu machen. Er verfügte über keine Belege. Aber seither sagen die Anthropologen den Ökonomen immer und immer wieder, das stimmt so nicht. Seit 200 Jahren suchen wir nach so einer Gesellschaft. Sie existiert nicht. Aber immer noch wird diese Geschichte erzählt. Sie hat eine Bedeutung, die nichts mit der historischen oder empirischen Wirklichkeit zu tun hat. Bei den Mayhuner folgte der Übergang vom Tauschhandel zur Marktwirtschaft keiner natürlichen Entwicklung. Vielmehr wurden die Ureinwohner Ende des 19. Jahrhunderts eingeholt von der Kolonisierung und den Gesetzen des Marktes, als im Amazonasgebiet der Kautschuk entdeckt wurde. Vielen Mayhuner und anderen Stämmen brachte der Kautschuk-Boom Tod und Versklavung. An diese Zeit der Unterwerfung erinnern heute nur noch ein paar vergilbte Fotos und das kollektive Gedächtnis der Gemeinschaft. Sie leisteten einfach nur Sklavenarbeit. Sie haben die Bedeutung von Geld wohl nie wirklich verstanden. Zum Beispiel, dass damit ein Kleidungsstück bezahlt werden kann. Ich kann das verstehen. Die Mayhuners leisteten harte Arbeit. Adam Smiths humanwissenschaftliches Modell kann die Wurzeln der Marktwirtschaft nicht erklären. Wieso konnte es sich trotzdem durchsetzen? Für die Ideologen haben Denker wie Smith und Ricardo den Kapitalismus begründet. Für mich die Kaufleute von Venedig und Brügge. Die Institutionen des Kapitalismus werden von den Akteuren selbst erfunden. Smith liefert nur eine sehr entfernte ideologische Begründung des Systems. Demnach ist der Kapitalismus nicht die Verwirklichung eines Konzepts, sondern das Ergebnis eines historischen Prozesses, der die Mayhuner und jeden von uns zum Homo economicus machte. Ein Schlüsseldatum markiert den Beginn dieser historischen Umwälzung. Die Entdeckung Amerikas ist das Gründungsereignis der wissenschaftlichen Revolution und des Kapitalismus. Die kapitalistische Wirtschaft hängt damit eng zusammen. Warum ist sie wissenschaftlich gesehen das Gründungsereignis? Aufgrund der traditionellen Auffassung, dass wir das meiste, wirklich wichtige Wissen bereits besitzen. Wir verdanken es unseren Vorfahren. Es ist in den Heiligen Schriften überliefert, im Alten und im Neuen Testament und so weiter. Deshalb kommt es hauptsächlich darauf an, dieses Wissen zu erlernen und danach zu leben. Nun kommen die Europäer und entdecken nicht nur eine halbe neue Welt, sondern beginnen auch, sie zu erobern, zu besiedeln und durch Tabak- und Baumwollplantagen, Gold- und Silberminen, Kapital aus ihr zu schlagen. Wenn du Amerika erobern willst, musst du dir schnell sehr viel neues Wissen aneignen. Geografisches, anthropologisches und sprachwissenschaftliches. Wissen über Pflanzen, Lebewesen und das Klima. Das haben die Europäer getan. Die Entdeckung Amerikas förderte überall in der Wissenschaft revolutionäre Neuerungen. Welchen Anteil hatte sie an der Entwicklung des Kapitalismus? Unsere ganzen Diskussionen über die Weltgeschichte beruhen auf der Grundannahme, dass außer Europa niemand in der Lage gewesen sei, die Welt zu erobern. Ich denke, dieser Ansatz ist falsch. China wäre es in vielen Epochen leicht möglich gewesen, zu tun, was die Konquistadoren taten. 1405 begab sich Zheng He erstmals auf Expedition gen Westen. Bis zum Jahre 1433 hatte Zheng He sieben solcher Expeditionen unternommen. Dann war Schluss damit. Erst ganze 80 Jahre später bereiste der Westen den Osten. Eine beachtliche Zeitspanne. Es lässt sich behaupten, dass angesichts der guten personellen Ausrüstung und dem erstaunlich hohen technischen Standard, den die chinesischen Schiffe damals besaßen, China in diesen vielen Jahren, in denen Zheng He seine Expeditionen unternahm, die weltweit führende Seefahrernation war. Aber sie kamen nicht auf die Idee, ganze Kontinente zu entvölkern, um gigantische Mengen an Gold und Silber anzuhäufen. Also will nicht jeder die Welt beherrschen. Die Frage ist, warum hat Europa das schließlich getan? Ich glaube, die Antwort liegt in der seltsamen Beziehung zwischen Geldverleihern und Unternehmern. Wir müssen uns den Konquistador als archetypischen Unternehmer vorstellen, der immer größere Risiken eingeht, der immer etwas aus dem Nichts erschafft, um mehr und mehr Geld zu scheffeln. Während in China die Expeditionen vom Kaiser veranlasst wurden, waren die westlichen Entdeckungen das Produkt von Privatinitiativen. Und die Folgen waren ganz andere. Die Entdeckung Amerikas bietet Kapitalanlegern, Bankern, Managern und Kaufmännern eine Gelegenheit, durch Investitionen und neue Initiativen einen Gewinn zu erzielen, der die anfängliche Investition um ein Vielfaches übersteigt. Durch das Beispiel Kolumbus sind Menschen viel eher bereit, hohe Geldsummen auszugeben. Damals hat es ja auch funktioniert. Und nun entsteht ein Teufelskreis. Die Unternehmer haben jetzt viel mehr Kredit. Klar, dass die Hälfte der Start-ups scheitert. Nicht jeder gelingt, wie in den meisten Fällen heutzutage. Aber es genügt, wenn einer dieser geografischen Start-ups Erfolg hat. Und schon errichtest du dir eine Kolonie auf den Philippinen oder in Mexiko. Die Eroberung Mexikos durch Cortés anno 1519 veranschaulicht die neuen Regeln. Im Spiel um geografische Entdeckungen, Kolonisierung und Geld. Jeder einzelne dieser Konquistadoren war verschuldet. Cortés verstrickte sich immer tiefer in Schulden. Er war ein Spieler. Er sagte sich, zum Teufel mit meinen Schulden. Ich werde mir noch mehr Geld borgen und einfach alles auf diese verrückte Expedition setzen. Wir stehen hier vor dem Tempel. Den bedeutendsten Tempel unserer Stadt. Für den Azteken oder Mexika hatte Gold keinen physischen Wert. Für den Spanier hingegen war es ein äußerst wertvolles Metall, für das er vielfältige Verwendung fand. Ob als finanzielles Mittel oder auf materieller Ebene. Ich muss mich korrigieren. Für den Mexika übersteigt die Bedeutung des Goldes bei weitem seinem materiellen Wert. Als der Gesandte des Aztekenherrschers Montezuma Cortés fragt, warum er so besessen sei von Gold, entgegnet dieser, meine Gefährten und ich leiden an einer Herzkrankheit, die nur Gold heilen kann. Als er Tenochtitlan endlich erobert hatte, verteilte er die Beute. Aber keiner seiner Soldaten bekam etwas von dem Geld. Zudem verschuldeten sie sich, denn er berechnete ihnen die medizinische Versorgung, den Ersatz von Waffen und anderes. Sie empörten sich und waren drauf und dran, ihn umzubringen. Er sagte, ich erlasse euch keine Schulden, sondern gewähre euch ein zehnjähriges Moratorium. Geht in die Provinzen und beherrscht sie. So wurden sie zu diesen unglaublich raubgierigen Gouverneuren. Sie fühlten sich betrogen und erniedrigt und entrüsteten sich. Wir haben ein ganzes Jahr lang gekämpft und bekommen nichts dafür? Und nun heißt es noch, wir hätten sogar Schulden? Das ist unglaublich. Ich denke, diese Schmach und diese Wut in Verbindung mit unbegrenzter Macht verwandelte sie in diese Ungeheuer. Shakespeare hat der Fratze des Wucherers und den vom Geld provozierten Gefühlsausbrüchen humane Züge verliehen. Diese Leute, die den Cortez und seinesgleichen Geld schuldeten, bleiben im Verborgenen. Es wird nicht wirklich bekannt, wer sie waren. Aber die Beziehung zwischen den Financiers, die ihre fünf oder sieben Prozent im Jahr erwarteten, und dem Unternehmer, dem Krieger, der hinausfährt und Welten erobert, diese Beziehung wurde zur Grundlage unseres modernen ökonomischen Geldsystems. Auch wenn wir das heute nicht mehr so sehen. Das ist der Teufelskreis aus Investitionen und Eroberung. Er setzt mit der Entdeckung Amerikas ein und stößt einen weiteren an. Den Kreislauf aus wissenschaftlicher Entdeckung und kapitalistischer Wirtschaft. Das heißt, aus Kredit, Investitionen, Profit. Mehr Kredit, mehr Investitionen, mehr Profit. Die spanischen Eroberer gierten nach Edelmetall und nahmen sich buchstäblich einen ganzen Berg davon. Sie nannten ihn Cerro Rico, den reichen Berg. In den folgenden drei Jahrhunderten wurden über 62 Tonnen Silber aus dem Cerro Rico gefördert. Der Abbau kostete zahllose Menschen das Leben. Das ist Silber. Das ist keine gute Silberqualität, nicht wie in der Kolonialzeit. Dieses Mineral ließ den internationalen Kommerz explosionsartig nach oben schnellen. In China führte das Silber aus Lateinamerika zu einer spektakulären Ausdehnung des Handels. Viele Menschen glauben noch immer, China sei vor dem 19. Jahrhundert von der Welt abgeschnitten gewesen. Es sei eine eigene Welt gewesen, die nicht mit anderen im Austausch stand und Handel trieb. Tatsächlich ist heute ziemlich klar, dass zum Beispiel die Entdeckung Nord- und Südamerikas durch die Europäer in Wirklichkeit bedeutsame Auswirkungen auf China hatte. Vor dem 16. Jahrhundert beruhte die chinesische Wirtschaft auf Papiergeld. Die Regierung druckte Papiere, die die Leute bei ihren Transaktionen verwendeten. Die Währung war sehr instabil, denn ihr Wert basierte nicht auf irgendeinem Edelmetall. Der Handel war nicht sehr weit entwickelt, bis die chinesische Regierung in einem Versuch, die Inflation und die ökonomische Schwäche zu bekämpfen, zu einem Silberstandard für die Wirtschaft überging. China fand damals eine sehr verlässliche, dauerhafte Quelle für Silber. Die gesamte Wirtschaft wurde versilbert. Silber wurde zu der Standardwährung für kommerzielle Transaktionen. Es war die Grundlage einer raschen wirtschaftlichen Expansion. Im Westen wird die Wirtschaft kapitalistisch, weil das Kapital eine überragende, dominierende Stellung einnimmt. In China sieht die Sache zweifellos anders aus. Die chinesischen Erzeuger, Bauern wie Handwerker, haben im 12. Jahrhundert von sich aus freien Marktzugang. Sie verkaufen ihre Produktion selbst, ohne sich unter die Fuchtel eines Kaufmanns oder eines Financiers begeben zu müssen, der ihnen etwas vorschießt, das Ähnlichkeit mit einem Lohn hat. Der Kommerz, der sich ohne zwischengeschaltete Mittelsleute unter den chinesischen Kleinerzeugern entwickelt, weckt das Interesse der europäischen Reisenden und Missionare. Was sie bei ihrer Rückkehr berichten, beeindruckt die französischen Physiokraten und auch Adam Smith zutiefst. Doch in Großbritannien hatte der vom Gold Amerikas gespeiste internationale Handel ganz andere Auswirkungen. Während er in China die Kleinerzeuger beflügelte, hat er sie hier ruiniert. Simon Fairley versteht sich als Verfechter der unabhängigen Kleinbauern. Sie sind in Großbritannien seit dem 16. Jahrhundert selten geworden. Wer wirklich gut ist, kann mit vier Kühen einen Mindestlohn erzielen. Mit vier Milchkühen, die nicht intensiv gefüttert werden müssen. Dazu sind etwa zehn Morgen nötig. Ich habe zwei Kühe, aber um davon leben zu können, bräuchte ich vier. Und du musst gut wirtschaften. Wie sind unabhängige Bauern so unter Druck geraten, in der Folge einer Entwicklung? Ja, darum geht es. Diese Entwicklung geht zurück auf die Enclosures, die Einhegungen. Seit dem 16. Jahrhundert wurden kleine Bauern von ihrem Land vertrieben, damit die großen Landbesitzer das Land monopolisieren konnten, um es besser ausbeuten zu können. Dabei vertrieben sie weite Teile der Landbevölkerung. Das wäre nicht notwendig gewesen. Das Gold, das in Länder wie zum Beispiel Spanien strömt, erzeugt eine rege Nachfrage nach englischer Wolle und macht die Schafzucht rentabler. Mit der Enclosure-Bewegung werden die Bauern vom Gemeindegrund verjagt, um dort mehr Schafe halten zu können. Die Landeinfriedungen, die im 16. Jahrhundert in Großbritannien stattfinden, zeugen von den Bestrebungen der Grundherren und vornehmen Bürger, ihre Besitzansprüche geltend zu machen. Traditionsgemäß steht das Land mehr oder weniger der Gemeinschaft zur Verfügung. Es wird den ärmsten Bevölkerungsschichten zur Bewirtschaftung überlassen. Nun beginnen die Grundherren und Bürger der gehobenen Gesellschaftsschicht, ihre Grundrechte einzufordern. Das war Zwang. Ich würde nicht sagen, dass es besonders gewaltsam zuging. Es gab eine Menge Aufstände, eine Menge Widerstand. Die Armut war groß und die Menschen drängten in die Städte, wo die Sterblichkeitsrate sehr hoch war. In diesem Sinn war es Gewalt. Insofern, als die Sterblichkeitsrate in den aufstrebenden neuen Industriestädten höher war als auf dem Land. Sie zäunen alles als Viehweiden ein, reißen die Häuser nieder, zerstören die Städte und lassen nur noch die Kirchen als Schafstelle stehen, schreibt Thomas Moore. In England sind die Folgen verheerend. Was können die Menschen tun? Langfristig bleibt als einzig praktikabler Ausweg, eine Arbeit als Handwerker zu finden, um in Heimarbeit Wolle zu spinnen oder zu weben. Praktisch über Nacht hat das System der Parzellierung ein Heer von Menschen in die Armut getrieben. Sie müssen nun ihre Arbeitskraft verkaufen, einfach um überleben zu können. Ein Heer enteigneter Bauern ohne Obdach und Beschäftigung wird schlagartig auf den Arbeitsmarkt katapultiert. Wie schaffen Sie einen Markt? Einen Markt, der von der Gesellschaft losgelöst ist. Nun, Sie können wie in England zwischen 1650 und dem Beginn des 19. Jahrhunderts alle möglichen Gesetze erlassen, mit denen Armut kriminalisiert wurde. Sie können das Stehlen eines Taschentuchs zu einem Kapitalverbrechen erklären. Kinder können hingerichtet werden. Sie können Menschen ins Gefängnis werfen, weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Diese Flut Terror ausübender Gesetze, mit denen Armut kriminalisiert wurde, trieben die Schulden in die Höhe und erzeugte Menschen, die gekauft und verkauft werden konnten. Und sie trugen das ihre dazu bei, eine bestimmte Art von Markt zu schaffen. Die Menschen, die vom Land vertrieben wurden, verloren ihre Verbindung zum Land. Wer eine Verbindung zum Land hat, hat ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Er ist sein eigener Herr. Er ist niemandem wirklich verpflichtet. Wer aber diese Verbindung verloren hat, ist in einer äußerst unsicheren Situation und viel weniger in der Lage, den Mächten der Ökonomie zu widerstehen. Heute müssen wir die Menschen zum Konsum überreden, damit sich die Räder des Kapitalismus weiterdrehen. Das war eins der Probleme mit den Menschen, die auf ihrem eigenen Land oder auf Gemeindeland lebten, denn sie waren nicht so scharf darauf zu konsumieren. Wer an einem Ort wie diesem lebt, braucht nicht sehr viel zu kaufen. Es ist einfach viel zu viel zu tun. Es wird gegessen, was da ist und sich mit dem amüsiert, was da ist. Auf diese Weise hat die Entdeckung von Gold und Silber in der Neuen Welt die Strukturen der britischen Gesellschaft aus den Angeln gehoben. Und überall auf der Welt gehen private Unternehmer dazu über, das Modell zu kopieren, um Wirtschaftsimperien zu bauen. Smith ist fasziniert von der rasanten Ausbreitung des Empires. Schließlich gründet jedes europäische Land Kolonien in der unterentwickelten Welt. Und entwickelt werden sie von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Von großen Handelsgesellschaften. Und diese dringen mit Erlaubnis der Regierung in alle Weltgegenden vor und werden selbst zu Regierungen. Wir stehen hier am Ufer des Kleids. Und dort drüben sehen sie einen hohen Turm mit einer blauen Uhr. Im 18. Jahrhundert standen reiche Kaufleute auf diesem Turm und spähten den Fluss hinab, ob ihre Schiffe einliefen. Diese reichen Kaufleute agierten auf einer Art Dreieckhandelsroute. Sie brachten Waren von hier, aus Schottland, zur Goldküste in Afrika. Dann brachten sie Waren von Afrika in die Karibik. Es waren Menschen. Die Schiffe aus Europa beförderten Waren nach Afrika. Dort nahmen sie Sklaven für die neue Welt an Bord und brachten im Gegenzug Rohstoffe mit zurück. Dieses Dreiecksgeschäft war gänzlich in der Hand von Privatinvestoren und hatte wesentlichen Anteil am Aufkommen einer echten Marktwirtschaft. Die Aktivitäten der Wirtschaft und des Kolonialreichs im 18. Jahrhundert wurden bis hin nach Europa immer abhängiger von der Sklaverei der Schwarzen. Smith wusste das sehr gut. Schließlich hat er die schottische Wirtschaft seiner Zeit genau studiert. Aber er entschied sich vor der Sklaverei die Augen zu verschließen. Sprecher haben die Vegeta. Sprecher hat super тысяч! Sprecher hat aktiv! Sprecher hat einiotisch! Um 1500 war der transatlantische Sklavenhandel bereits im vollen Gang, angeführt von den Portugiesen. Als sie nach Afrika kamen, bauten sie entlang der Küste solche Festungen. Sie nannten sie Baracken oder Fabriken. Fabriken, die dazu dienen sollten, Sklaven für die Plantagen zu produzieren. Dort oben sehen Sie das Wappen Ghanas. Es wurde von den Kreuzrittern übernommen. Oben rechts zeigt es ein solches Gebäude. Das lässt erkennen, welch große Bedeutung diese Festungen in der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Ghanas hatten. Dies war das Verlies der Männer. Es gab kein Licht. Licht und Luft kamen nur durch dieses Loch dort. Sie blieben hier im Durchschnitt etwa drei Monate lang. In der Zeit urinierten sie hier, verrichteten ihre Notduft, sie übergaben sich, sie aßen und sie schliefen hier. Das war die Drainage für Kot und Urin. Wenn es regnete, drang Wasser herein und überschwemmte den Boden. Der gesamte Boden war mit Schmutz bedeckt und viele von ihnen wurden krank und starben hier. Um sich das klarzumachen, der Kauf von Sklaven geschieht gänzlich durch ein vom kapitalistischen Markt gesteuertes Wirtschaftsunternehmen. Nicht durch ein Unternehmen, das einer Regierung oder Königen untersteht. Organisiert, initiiert und ausgeführt wird es von Privatgesellschaften. Liverpool wurde zum führenden Hafen für Sklavenhandel in Großbritannien. London und Bristol machten schon seit 1750 Geschäfte mit Sklavenschiffen. Aber in Liverpool bekam das eine ganz andere Dimension. Wir sprechen hier nicht von 50 oder 75 Jahren. Das ging über ganze Generationen. Einzelne oder ganze Familien machten ihr Vermögen mit der Versklavung anderer Menschen. Thomas Goleitly war einer der Bürgermeister von Liverpool. Er gehörte zu den Kaufleuten, die in Afrika Geschäfte machten und war Schatzmeister mehrerer Gesellschaften. Und das zeigt, wie einflussreich in dieser Stadt diejenigen waren, die am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt waren. Das Geld, um Schiffe, Sklaven und all das kaufen zu können, kommt von Investitionen an der Börse. Menschen investieren ihr Geld an der Börse in Aktien von Sklavenhandelsgesellschaften oder sie legen es auf die Bank. Die Bank wiederum gewährt der Handelsgesellschaft ein Darlehen. Und diese Summe ermöglicht den Sklavenhandel. Alles dreht sich nur um Profit. Das rührt nicht von irgendeinem rassistischen Hass gegenüber Schwarzen. Der Rassismus spielte damals kaum eine Rolle. Der Rassismus ist das Produkt, aber nicht die Voraussetzung der Sklaverei. 400 Jahre Sklaverei. Kapitalismus? Tödlich. Jeder will ein Stück vom Kuchen. Oft wird behauptet, Smith sei unempfänglich für die sozialen Bewegungen und den gesellschaftlichen Wandel seiner Zeit gewesen. Der blinde Fleck in Der Wohlstand der Nationen ist die Sklaverei. Viele Ökonomen und zum Teil auch Historiker sind überzeugt, was wir freien Marktkapitalismus nennen, wurde von Adam Smith in seinem Buch Der Wohlstand der Nationen formuliert und kam ins Rollen mit der Industriellen Revolution. In Wirklichkeit nahm unser heutiges Wirtschaftssystem seinen Ausgang woanders. 7000 Kilometer jenseits des Atlantiks und zwei Jahrhunderte vor der Veröffentlichung der Bibel des Philosophen. Die Plantagen in der Neuen Welt waren die erste produktive Aktivität, die Europa in den nicht-europäischen Regionen unternahm. Zuvor haben sie geplündert oder gehandelt. Dann besetzten sie Land und siedelten sich an. Einige dieser Plantagen waren sehr groß. Sie übertrafen bei weitem jede europäische Fabrik jener Zeit. Die Plantagen wiesen alle Merkmale auf, die ich für den Kapitalismus anführen würde. Mit einer einzigen Ausnahme. Die Arbeit war keine Lohnarbeit, sondern unfreie Sklavenarbeit. Aber in jeder anderen Hinsicht waren sie kapitalistisch. Es ging ausschließlich um Profit, ohne jede Rücksicht auf andere Erwägungen. Die Smith-Anhänger insgesamt tun sich schwer, die Sklaverei, diesen zusätzlichen ökonomischen Zwang, mit normalen ökonomischen Transaktionen in Beziehung zu setzen. In ihrer Vorstellung gehören Dinge wie die Sklaverei zu einer Art barbarischer, primitiver, vorentwickelter oder unterentwickelter Gesellschaft. Mit einer modernen, entwickelten Gesellschaft kann das einfach nichts zu tun haben. Aber tatsächlich nahm der Kapitalismus im 16. Jahrhundert mit der Kolonisierung der Karibik und Lateinamerikas seinen Ursprung. Der Kapitalismus entzieht sich selbst seinen Schöpfern. Er entwickelt eine Eigendynamik wie eine schwer zu zähmende Bestie, die gerne als theoretisches Ad-Hoc-Argument genutzt wird. Tatsächlich übersteigt er das Verständnis der besten Fachleute. Doch wenn die Entstehung des Kapitalismus nichts mit Adam Smith zu tun hat, warum gilt sein Buch »Der Wohlstand der Nationen« dann als Schlüsselwerk? Und warum erfährt seine Disziplin einer Nationalökonomie so breite Zustimmung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Smith zog 1778 in dieses Haus. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung von »Der Wohlstand der Nationen«. Sehr wahrscheinlich ist dies die Feuerstelle in dem Zimmer, in dem Smith den dramatischsten Moment seiner intellektuellen Karriere inszenierte. Er wollte verhindern, dass eines seiner unfertigen oder nicht ausgefeilten Manuskripte ihn überlebte. So verfügte er in seinem Testament, dass seine beiden Testamentsvollstrecker diese Papiere nach seinem Tod verbrennen sollten. Aber das reichte ihm noch nicht. Einige Tage vor seinem Tod ließ er seine Testamentsvollstrecker kommen und wies sie an, sie sofort zu verbrennen. Und da saßen sie vor diesem Kamin und verbrannten systematisch all seine unveröffentlichten Manuskripte. Nur die beiden penibel durchgearbeiteten Werke überlebten. Seine Theorie der ethischen Gefühle und noch bedeutender der Wohlstand der Nationen. Der Wohlstand der Nationen hat dieses Autodafé nicht nur überlebt. Im Laufe der Jahrhunderte hat es sich zu einer Bibel des freien Marktes entwickelt. Zahlreiche Notizen sind dem Brand zum Opfer gefallen. Was bleibt, ist nur dieses Buch und die Interpretationen all jener, die sich darauf berufen, um eine restriktive, rein wissenschaftlich begründete Wirtschaftslehre zu propagieren. Die Geschichte seines Werks, der Wohlstand der Nationen, ist sehr interessant. Wenn Sie sich die Erstausgabe ansehen, ist das ein sehr aufwendig hergestelltes Buch. Es vermittelt den Eindruck, dieses Werk sei für eine spezialisierte Leserschaft gedacht, ein Publikum aus Philosophen und Politikern. Interessanterweise wurden aber die späteren Ausgaben zu Smiths Lebzeiten, die Edition von 1784, preiswert. Sie wurden zum Massenprodukt. Mit anderen Worten, was für einen Markt von Spezialisten gedacht war, wurde nun eine Art Bestseller. Und ein Bestseller sollte es bleiben, das Buch war nie vergriffen. Es war immer auf dem Markt und immer ein Bestseller. Die Frage ist nun, was dieses Buch für Spezialisten zu einem Bestseller macht. Ich denke, dazu trug bei, dass Smith für die Ökonomie offenbar das war, was Newton für die Naturwissenschaft war. Wie Newton hatte er ein Prinzip gefunden, ein Bewegungsgesetz. Smith schuf einen konzeptuellen Rahmen für die Ökonomie, die Interaktion von Individuen auf Märkten. Ein Modell, basierend auf Zahlen, schrieb er nicht. Seine Vision von der Wirtschaft war der Handel. Es war revolutionär, als die Ökonomen Mitte des 19. Jahrhunderts die Instrumente der newtonschen Physik für sich entdeckten und auf die Wirtschaft übertrugen. Sie wollten etwas Entsprechendes zu den physikalischen Gesetzen für die Wirtschaft finden. Auf den ersten Blick ist nicht auszumachen, was diesen einfachen Metallgießer in Kalkutta mit dem Wohlstand der Nationen verbindet. Tatsächlich folgt seine Arbeit dem wichtigsten Grundprinzip in Adam Smiths Klassiker. Ein Prinzip, das nach seinem Tod zu einem Dogma der Wissenschaft erklärt wurde. Die Gesellschaft, die Sie und ich kennen, ist unter anderem gekennzeichnet durch den hohen Grad der beruflichen Spezialisierung. Von den besonders hoch spezialisierten, komplizierten Berufen bis hin zu den allereinfachsten. Ein Arbeiter, der noch niemals Stecknadeln gemacht hat und auch nicht dazu angelernt wird, könnte täglich höchstens eine Nadel herstellen. Aber so wie die Herstellung von Stecknadeln heute betrieben wird, zieht ein Arbeiter den Draht, ein anderer streckt ihn, ein dritter schneidet ihn, ein weiterer spitzt ihn zu. Ich selbst habe eine solche kleine Manufaktur gesehen, in der nur zehn Leute beschäftigt waren. Sie stellten am Tag etwa zwölf Pfund Stecknadeln her. Adam Smith, der Wohlstand der Nationen. Er kommt also zu dem Schluss, Fortschritt, wirtschaftlicher Fortschritt, hänge allein von der Arbeitsteilung ab. Das leuchtet ein. Die Arbeitsteilung war eine bahnbrechende Erkenntnis, wie ein Äquivalent zu einem newtonschen Gesetz. Schließlich erfordern fast all unsere Gebrauchsgegenstände mehrere Arbeitsgänge. Vom Tablet bis hin zum Bleistift. Seit Adam Smith gilt die Arbeitsteilung als Säule der Marktwirtschaft. Die Arbeitsteilung als Säule zu ermöglichen, müssen wir verstehen, wie es ist, dass ein freer Marktwirtschaft funktioniert. Ich weiß keine bessere Weise, wie das aus dem, von einem sehr einfachen Beispiel, die ich, die Pencil. Das ist die einzige Prophe, die ich für diese TV-Show habe. So, as you can see, it's a plain yellow pencil. There's nobody in the world who knows how to make a pencil. Now, that seems like a silly thing to say, isn't it? This is just the most obvious thing. It's only a piece of wood with something black in the middle and a little red tip at the end. What do you mean nobody knows how to make a pencil? Well, suppose you were to start to set out to make a pencil. First of all, you have to get some wood, don't you? Where do you get the wood? You have to go to the Pacific Northwest, probably, and cut down some trees. How do you cut down some trees? You have to have some saws to cut it with. Where do you get the saws? You have to have some steel. Where do you get the steel? You have to have a steel mill. Well, in order to have the steel mill, you have to get the iron ore, and you can add all the rest. But that's only the beginning. This black stuff in the middle that we call lead isn't lead. It's graphite, I think. I'm not absolutely sure. And I am told it comes from some mines in South America. Now, this little red tip at the top, that's rubber. Where does it come from? Well, a major source of natural rubber is Malaya. But the miracle of this pencil isn't that nobody knows how to make it. The miracle of the pencil is how did it get made? What is it that has enabled this little elementary transaction to take place? Now, how is that brought about? Is there some commissar sitting in some central office who is sending out orders to these people in Malaya, to these people in South America, to the people in Washington? How is it that they are led to cooperate with one another? These thousands of people who have been led to engage in this simple transaction, not one of them has been forced to do it, nobody has had a gun to his head. They've all done it, why? Because each one of them thinks he's better off in this transaction. Das Wort Freiheit spielt im Wirtschaftsliberalismus eine überragende Rolle. Intuitiv lautet der erste Gedanke, warum sollte jemand das Recht abgesprochen werden, auf dem Markt unternehmerisch aktiv zu werden. Wenn ich als armer Bauer einen Preis aushandle in Konkurrenz zu einem großen multinationalen Konzern, dann bestimmt natürlich dieser den Preis, nicht ich. Freier Markt bedeutet, es steht mir frei, unter ungleichen Machtverhältnissen Handel zu treiben. Aber folglich spiele ich bei der Preisbildung überhaupt keine Rolle. Eine Elektronikfabrik im chinesischen Shenzhen. Ein globales Montageband für Einzelteile aus der ganzen Welt. Eine moderne Ausgabe der Stecknadelfabrik von Adam Smith im Stil des 21. Jahrhunderts. Circa 250.000 Arbeiter fertigen hier an die 10.000 Tablets pro Tag. Sind sie wirklich frei? Wir montieren Maschinen, Stück für Stück im Takt am Band. Alles automatisiert und getaktet, sehr mechanisch das Ganze. Deswegen finde ich mein Leben wohl auch ziemlich fade, also eigentlich sehr anstrengend. Bei Foxconn, hier in diesem Werk, mit den Wohnheimen, werden die Menschen auf hohem Niveau gezielt vereinzelt. Also ich meine damit, wir arbeiten hier niemals mit jemandem aus dem gleichen Dorf zusammen. Und Leute aus der gleichen Arbeitseinheit, vom gleichen Band, werden niemals zusammen wohnen dürfen. Wie heißt es, wer weg ist von zu Hause, ist nicht mehr als ein Grashalm im Wind. So ist der moralische Aspekt eine Kernfrage im Wohlstand der Nationen. Hier die Logik der ökonomischen Arbeitsteilung, dort der Preis, den der Mensch für ihre Umsetzung zu zahlen hat. War Adam Smith sich dieses Dilemmas bewusst? Adam Smith ist sehr rarely red. Er ist worshiped, aber nicht red. Everyone, who went to college, learned the first paragraph of wealth of nations. Die Arbeitsteilung dürfte die produktiven Kräfte der Arbeit mehr als alles andere fördern und verbessern. Das gleiche gilt wohl für die Geschicklichkeit, Sachkenntnis und Erfahrung, mit der sie überall eingesetzt oder verrichtet wird. Adam Smith, der Wohlstand der Nationen. Mit zunehmender Arbeitsteilung beschränkt sich die Tätigkeit der überwiegenden Mehrzahl derjenigen, die von ihrer Arbeit leben, auf einige wenige sehr einfache Verrichtungen, deren Wirkungen vielleicht noch dazu immer oder fast dieselben sind. Wer sein ganzes Leben damit zubringt, hat keinen Anlass, seinen Verstand anzustrengen. Adam Smith, der Wohlstand der Nationen. Adam Smith, der Wohlstand der Nationen. Die Industrielle Revolution gründete auf dem Fabriksystem mit großer Maschinerie und natürlich den entsprechenden Arbeitsabläufen. Das war etwas ganz anderes als die Arbeit des Handwerkers, der ein Werkstück herstellt. Eine vollkommen andere Technologie, beherrscht von Maschinen. Jetzt kontrolliert die Maschine den Arbeiter und nicht mehr der Arbeiter das Werkzeug. Und natürlich verändern sich dadurch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Fabrikarbeiter hat ganz andere soziale Beziehungen zu anderen Arbeitern. Eine ganz andere Beziehung zu Werkzeugen und auch zur Natur, als der Handwerker, der in seiner Werkstatt an irgendeinem Möbelstück zimmert. Smith hatte das moralische Dilemma, das die Arbeitsteilung in sich birgt, durchaus erkannt. Über Jahrhunderte wurde es von Ökonomen und Politikern schlichtweg ignoriert. Das Eigeninteresse, sein zweites großes Prinzip, erfuhr ein ähnliches Schicksal. Vielen Dank. Willkommen, den Nobel Laureate in Economics, Milton Friedman. Vielen Dank. Let's share with the people at home just one of the statements of Adam Smith that you refer to in your book, which of course when I want it I'm not going to be able to... Uh-oh, it's on page 2. All right, thank you. By pursuing his own interest, that is to say, his meaning, the person engaged in free enterprise, Adam Smith says, he frequently promotes that of the society more effectively than when he really intends to promote it. Adam Smith betrachtete das persönliche Interesse des Individuums als treibende Kraft der Wirtschaft. Doch was verstand er darunter wirklich? Blicken wir zurück in die Zeit, in der er lebte. Adam Smith ist ein Kind der wissenschaftlichen Revolution und teilt ihren fundamentalsten Glauben, nämlich den Fortschrittsglauben. Die meisten Menschen glaubten, die geschichtliche Entwicklung sei stehen geblieben, ja sogar rückläufig. Auf wirtschaftlicher Ebene war dieser Glaube an eine stehen gebliebene, rückläufige Geschichte stark verbreitet. Was im Grunde heißt, die Menge des in der Welt vorhandenen Reichtums kann nicht vermehrt werden. Der Reichtum ist eine unveränderliche Größe, wie ein Kuchen beispielsweise. Egal, wie du diesen Kuchen aufteilst, was für die eine Seite ein Gewinn ist, bedeutet für die andere einen Verlust. Die Wirtschaft ist ein Nullsummenspiel. Laut Adam Smith ist sie eine Win-Win-Situation, in der sich alle bereichern können. Der wirtschaftliche Fortschritt ermöglicht, dass die Menge an Produktionen und die Menge an Reichtum weltweit vermehrt werden kann. Die Wirtschaft also kein Nullsummenspiel ist. Das ist vielleicht die entscheidende Basis für jene, nicht nur wirtschaftliche Idee, sondern für die wichtigste ethische Idee von Smith überhaupt, dass Egoismus Altruismus sei. Mein privater Gewinn kommt auch der Allgemeinheit zugute. Im Grunde vergrößert er den Kuchen des Weltreichtums, sodass auch andere Menschen sich daran gütlich tun können. Indem der Reiche Produkte von anderen kauft, werden auch diese Menschen reich. Oder aber er eröffnet weitere Unternehmen, weitere Werkstätten und verhilft so noch mehr Menschen zu einem Einkommen. Es gibt da diese berühmte Passage in »Der Wohlstand der Nationen«. Es ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers oder Bäckers, die uns unser Abendessen erwarten lässt, sondern dass sie nach ihrem eigenen Vorteil trachten. Damit begann der Mythos, das Individuum sei egoistisch und verfolge nur sein eigenes Interesse. Das sei die vorherrschende und nahezu einzige menschliche Motivation. Adam Smith dachte allerdings etwas differenzierter als seine Anhänger. Er verstand, dass Menschen sehr viel komplexer sind. Doch vertrat er die Position, diese Dinge könnten getrennt werden. Und im Bereich der Ökonomie sei Egoismus der einzige Antrieb. So, you know, Adam Smith wrote »The Wealth of Nations«, »Self-Interest« und »Greed« ist »Greed«, »The Invisible Hand« und »Free«, »Free«, »Markets«, etc. All that, kind of, he's the father of capitalism. But it turns out, there's another Adam Smith. How many people here have read »The Theory of Moral Sentiments«? And according to Adam Smith, it was his important book, it was his magnum opus. In some ways, that was his magnum opus, and »The Wealth of Nations« paid the bills. He never imagined capitalism that he wrote about in »The Wealth of Nations« could actually succeed without the moral underpinnings, the moral, what he called sentiments, we would call them virtues. Without the virtues of a society and virtues of individuals that would actually create the base of a healthy capitalism. Well, all you could do is look here and see that »The Wealth of Nations« and »A Theory of Moral Sentiments««, Adam Smith« one, Adam Smith« two, have been disconnected. When you see around the globe the mal-distribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power with it, did you ever have a moment of doubt about capitalism? Tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy, it's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. We'll be back in just a moment. Natürlich sind wir alle in gewissem Maße egoistisch. Manche mehr, manche weniger. Aber es gibt für uns auch noch viele andere Motivationen. Wir kennen Solidarität, wir kennen Loyalität, wir kennen Sympathie. All diese Motivationen existieren. Wir müssen ein System entwickeln, das all diesen komplexen menschlichen Motivationen gerecht wird. Denn wenn wir davon ausgehen, jeder sei nur egoistisch, jedem gehe es ausschließlich darum, sein oder ihr Eigeninteresse durchzusetzen, dann muss jeder jedem mit Misstrauen begegnen, immerfort auf der Hut sein und das System kommt zum Stillstand. Am Beispiel von Henry Ford zeigt sich, Eigeninteresse beschränkt sich nicht auf Habsucht oder Individualismus. 1914 machte Henry Ford etwas, was die Automobilindustrie revolutionierte. Er verdoppelte von sich aus die Gehälter seiner Beschäftigten und verringerte gleichzeitig die tägliche Arbeitszeit von neun auf acht Stunden. Seine These, mit der Lohnerhöhung würde er die Arbeiter zu Verbrauchern machen. Dies würde den Automobilverkauf und die gesamte Wirtschaft ankurbeln. Jeder Arbeiter, so sein Traum, sollte irgendwann seinen eigenen Ford besitzen. Egoistische Motivationen sind wichtig und gute Manager wissen das. Doch sie legen Wert darauf, Menschen zu überzeugen, Beziehungen zu schaffen, eine Vision zu entwerfen, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. So führen wahre Manager die Wirtschaft. Aber die Ökonomen verstehen das natürlich nicht und behaupten immer weiter, jeder sei ein Egoist und wir müssten das System entsprechend einrichten, indem wir jedem unbegrenzte Freiheit geben. Im Glauben, das würde irgendwie zu einem optimalen Ergebnis für die Gesellschaft führen. Adam Smith stand dem Eigeninteresse durchaus differenziert gegenüber. Er sah darin einen komplexen Begriff, der sich mit der Zeit abnutzte. Über 200 Jahre später steht Adam Smith für ein Wirtschaftssystem, das allein vom Profitstreben bestimmt ist. Warum? Zunächst, weil von Adam Smith immer nur die eine Hälfte gezeigt wird und weil seine Thesen zu einem Lehrsatz der Wissenschaft erhoben werden. In der Ökonomie war die Doktrin des Eigeninteresses das Äquivalent zum Gesetz der Schwerkraft. Damit sollte ein Gleichgewicht hergestellt werden. Wenn jeder frei ist, auf den Märkten sein Eigeninteresse zu verfolgen, dann würde sich ein Gleichgewicht einstellen. Ein optimales Gleichgewicht, das dem Gleichgewicht natürlicher Körper entspricht. In der Freiheit der Bewegung. Ich denke, die Analogie zur Physik war sehr stark. Dabei wurde vollständig ignoriert, wie Menschen sich tatsächlich verhalten. Soziologen und Psychologen sind sich dessen bewusst, dass große Teile des menschlichen Verhaltens von Ökonomen als irrational bezeichnet würden. Doch das ist nicht die richtige Bezeichnung. Ich halte es einfach für menschlich. Die Universität der Michigan-Television präsentiert ein Interview mit Ayn Rand, amerikanischer Novelist, Autor von The Fountainhead und Atlas Shrugged, und Philosophers spokesman für die neue Intelligenz. Fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch wurde das Eigeninteresse respektiert wie ein Grundgesetz der Physik. Im beginnenden 20. Jahrhundert wird der Egoismus in den USA gar zur Moralphilosophie erklärt. Ich versuche die Moralphilosophie, der Präzept der Moralphilosophie, der man die Moralphilosophie ist, zu leben für andere, das, in fact, macht man ein animal sacrificierter. Ich sage, dass man enthalten zu sein eigenes Glück und dass er es selbst muss erreichen. Nun, was kann es mehr wichtig sein, als die Glück? Aber die Glück ist nicht einfach momentan, oder irgendwelche mindless self-indulgence. Glück bedeutet ein profondes, schuldes, rationales Gefühl der Selbstbestimmung und der Hoffnung in einem eigenen Erkrankung. Seien Sie mich, Paul Ryan zu begrüßen. Im 21. Jahrhundert feiert Ayn Rands Philosophie des Individualismus eine glanzvolle Renaissance, als Kernbotschaft einer Wahlkampagne. Ich lerne Ayn Rand, und es hat mich sehr viel über, wer ich bin und was meine Verhältnisse sind, was meine Verhältnisse sind. Der Problem, das ist unter Assault, der Angriff auf demokratisch Kapitalismus, auf Individualismus und Frieden in Amerika, ist eine Angriff auf die Moral-Foundation der Amerika. Und Ayn Rand, mehr als jemand anderes, hat ein fantastisches Job zu erklären, die Morality des Kapitalismus, die Morality des Individualismus. Unsere Rechte kommen von Natur und von Gott, nicht von der Regierung. Derartige Einstellungen haben sich sehr zerstörerisch ausgewirkt, vor allem in den vergangenen 20, 30 Jahren. Wir glorifizieren das Eigeninteresse nun geradezu. Wir glauben schon, alle anderen Motivationen, alle anderen Gefühle, alle anderen moralischen Werte seien irgendwie sekundär. Sie würden nur noch für die Dummen gelten, für irgendwie minderwertige Wesen. So entstand ein System, in dem von den Menschen erwartet wird, dass ihnen der weitere gesellschaftliche Rahmen vollkommen gleichgültig ist. Sie werden ermutigt, sich nur um ihre eigenen Interessen zu kümmern. Und mit den Konsequenzen müssen wir heute leben. Zwei Worte haben gereicht, um Adam Smiths Vorstellung vom Eigeninteresse zu verzerren. Sie sind zu einer Zauberformel geworden, einem Motor für das globale Wirtschaften und zu einem Symbol für den Wohlstand der Nationen. Ein Zauberformel Ein Zauberformel Das wurde im Zauberformel gegeben. Das ist ein Unterricht, der Zauberformel in his great book, The Wealth of Nations, in which he talked about the way in which individuals who intended only to pursue their own interests were led by an invisible hand to promote the public welfare, which was no part of their intention. 60-second adventures in economics. Number one, the invisible hand. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes, as if by an invisible hand. Die unsichtbare Hand wird in jedem Wirtschaftsunterricht vermittelt, von der Grundschule bis zur Universität. Paradoxerweise wurde dieser eine Begriff zum Fundament der Marktwirtschaft erhoben. Dabei wird unter zigtausend Wörtern im Werk von Adam Smith die unsichtbare Hand nur ein einziges Mal genannt. Zudem wurde sie von Adam Smith gar nicht in diesem Kontext verwendet. Adam Smith was concerned that if there was free movement of capital and free import of goods, he said England will suffer because British capitalists will invest abroad and they'll import from abroad and that'll harm the English economy. Adam Smith then gave an argument, it was not a very good argument, but his argument was that English investors will prefer to invest in England because of what some called a home bias. They'll have a preference for investing close by and therefore as if by an invisible hand England will be saved from the menace of free capital movement and free import. That's invisible hand. What's that got to do with the Cato Institute or the modern enthusiasm about free capital flow and having US corporations invest in China so they can send stuff back here to sell cheap exploiting Chinese workers. That's not Adam Smith. Die unsichtbare Hand erschien als ein ideales Instrument im Kampf gegen die staatliche Wirtschaftslenkung. Das Ziel war eine Befreiung vom Feudalismus. Seit den 50er Jahren wird der Begriff wieder aktiviert. Als Argument gegen den Wohlfahrtsstaat und die umsichtgreifende Besteuerung. Die Wirtschaftsakteure müssten sich selbst organisieren, heißt es. Da wird eine Tradition wiederbelebt, die im 19. Jahrhundert nicht wirklich relevant war. Es ist eine Reaktivierung mit dem Ziel, Einfluss auf die moderne Wirtschaftspolitik zu nehmen. Nach dem Börsenkrach 2009 wurde Alan Greenspan, damals Präsident der US-Notenbank, nach Washington zitiert, um als führender Verfechter der Deregulierung Rede und Antwort zu stehen. Eine Deregulierung vorangetrieben im Namen der unsichtbaren Hand. Dr. Greenspan, I want to start with you. You have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. And my question for you is simple. Were you wrong? I found a flaw. You found a flaw. In the model that defines how the world works, so to speak. In other words, you found that your view of the world, your ideology was not right. It was not working. It had a... Precisely. No, that's precisely the reason I was shocked, because I've been going for 40 years or more with very considerable evidence that it was working exceptionally well. Auf welches Modell nimmt der oberste Währungshüter Bezug? Alan Greenspan's Karriere begann unter Ayn Rand. Er war eine ihrer Schüler und vertrat die Ansicht, den Finanzmärkten wohne eine instinktive Vernunft inne. It is only since the Industrial Revolution, the birth of a free society, the society of capitalism, that there was a new class of men, which is the free producers of material goods, the businessmen, the industrialists. That is the man who lives by means of reason. That is the man who, in his psycho-epistemology, is not guided by his immediate perceptions, nor by his emotions, but by logic, by his concept, by reason. That is the man whom I call the producer. Jahre später, als Alan Greenspan von Präsident Gerald Ford an die Spitze seines Wirtschaftsteams berufen wird, zollt er seinem geistigen Vorbild Respekt. Drei Jahre vor der Finanzkrise reist Alan Greenspan nach Kirkcaldy. in den Geburtsort von Adam Smith. Es ist eine persönliche Verbeugung vor dem großen Denker. Greenspan zufolge ist die relative Wirtschaftsstabilität, wie wir sie erleben, bei der gewaltigen Masse an internationalen Transaktionen schwer vorstellbar, wenn diese nicht gesteuert würden von einer Art globalen, unsichtbaren Hand im Sinne von Smith. In recent decades, a vast risk management and pricing system has evolved, combining the best insights of mathematicians and finance experts, the whole intellectual edifice, however, collapsed in the summer of last year. So wurde aus einem geradezu mystischen Glauben an die unsichtbare Hand, ein aus dem Zusammenhang gerissener Begriff, das geistige Gerüst für den freien Markt geschaffen. Natürlich herrschen unterschiedliche Ansichten darüber, ob ein freier Markt wünschenswert sei. Manche glauben, wir sollen die Märkte frei gewähren lassen. Andere sagen, freie Märkte seien nicht gut. Wir müssten eingreifen, um für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und so weiter zu sorgen. Aber die meisten Menschen würden akzeptieren, dass es so etwas wie einen freien Markt gibt. Ob jemand den freien Markt mag oder nicht, er erkennt ihn, wenn er ihn sieht. Aber das ist der größte Mythos im System des Kapitalismus. Meine Frage lautet, was genau meinen Sie mit freier Markt? Um das zu illustrieren, möchte ich das Beispiel der Kinderarbeit anfügen. Heute ist Kinderarbeit in allen reichen Ländern eingeschränkt. Doch es gab eine Zeit, in der Kinderarbeit sehr verbreitet war. Der berühmte Schriftsteller Daniel Defoe rühmte in den 1720er Jahren bestimmte Regionen in England, wo Textilien hergestellt wurden. Weil sie Kindern im Alter von vier oder fünf Jahren Arbeit verschafften und ihnen ermöglichten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts unternahm eine Gruppe von Sozialreformen im britischen Parlament den ersten Versuch, die Kinderarbeit offiziell zu regulieren. Selbst damals waren sehr viele gegen diese Regulierung, weil sie sagten, damit würde die eigentliche Grundlage des freien Marktes untergraben, nämlich die Vertragsfreiheit. Die Kinder wollen arbeiten, die Unternehmer wollen sie beschäftigen. Worin besteht das Problem? Heute finden viele Menschen dieses Argument absurd, wenn sie akzeptieren, dass sich die Gesellschaft im Interesse des Gemeinwohls über bestimmte Verträge hinwegsetzen sollte. Das Beispiel der Kinderarbeit illustriert also sehr schön, dass Märkte im Wesentlichen ein politisches Konstrukt sind. Alle Märkte werden von zahlreichen Regeln gestützt. Ich vergleiche das gerne mit den Klavierseiten, die die Kung-Fu-Meister in den Kampfkunstfilmen aus Hongkong verwenden. So funktionieren die Märkte. Ist der politische Wert bestimmter Reglementierungen erst einmal akzeptiert, werden Reglementierungen so unsichtbar wie diese Klavierseiten. Erinnern wir uns an die Sklaverei. Ein unbegrenzter freier Markt, in dem nur Gewinn und Verlust zählt. Ein Markt, der von allen als normal akzeptiert wurde. Einer der ersten, der die geistigen Wurzeln der Sklaverei erkannte und die Gefahr, die ökonomische Logik von der menschlichen und gesellschaftlichen Realität zu trennen, war ein Zeitgenosse von Adam Smith, ein entlassener Sklave und Philosoph. Hier in Sharma in Ghana ist er beerdigt, im Schatten eines ehemaligen Sklavenkerkers. Wir haben uns hier um dieses Grab versammelt, um die Herrlichkeit Gottes zu preisen, der uns diesen wunderbaren Philosophen geschenkt hat. Anton Wilhelm Armour wies als erster darauf hin, wie absurd es sei, eine Wissenschaft zu konstruieren, die die menschlichen Realitäten des Kapitalismus außer Acht ließe. Wie für so viele andere wendete sich das Blatt für Amo nach der Abreise aus Afrika auf einem Sklavenschiff. Unter den versklavten Menschen, die ankamen, gab es welche, die in einer höfischen Gesellschaft aufwuchsen. Einige ließen unmittelbar ihre geistige Reife erkennen. Amo kam zuerst nach Amsterdam. Er wurde dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel als Kammermoor geschenkt. Der ließ ihn frei und ermöglichte ihm eine Ausbildung. Er erwarb zwei Doktortitel, einen in Rechtswissenschaft und einen in Philosophie. Und er lehrte an einer deutschen Universität. Amo, der erste Schwarzafrikaner, der an einer europäischen Universität studiert hat, hat sich bei uns eingetragen. Und zwar unter der Nummer 488. Amo wurde als Kind von der niederländischen Westindien-Kompanie nach Europa verschleppt und hier an den Humanisten Herzog Anton Ulrich von Braunschweig verschenkt. Dieser ließ den Sklaven frei und übernahm seine Ausbildung. Als diese Waren zu reden begannen, wiesen sie auf die Doppelmoral hin und einige der Probleme in den Prozessen der Rationalisierung, die im modernen Kapitalismus abliefen. Ich möchte fast argwöhnen, die Neger seien von Natur aus den Weißen unterlegen. Ein solcher beständiger Unterschied könnte nicht wohl statt haben, wenn nicht die Natur selbst einen ursprünglichen Unterschied zwischen diesen Menschenstämmen gemacht hätte. David Hume, der am engsten mit Adam Smith befreundete Denker. Mit Amo wird die anthropologische Rationalisierung in Frage gestellt. Amo verfasste die Schrift über die Rechtsstellung der Mohren in Europa und indem er schrieb, indem er sich artikulierte, erschütterte er die Auffassung, irgendetwas an ihm würde ihn aufgrund seiner angeblichen Rasse zwingend zu einem Werkzeug bestimmen. Der berühmte französische Philosoph René Descartes sprach von einer zweifachen Realität, der körperlichen und der seelischen. Nun, Amo sagte im Wesentlichen, wenn Geist und Seele getrennt seien, könne die Seele nichts empfinden. Amo begann sich mit dem Leib-Seele-Problem zu beschäftigen, damit wie Rationalität und Vernunft gegen Wahrheit und Vernunft gewendet würden. Wenn wir die Argumentation von Adam Smith betrachten, dann formulierte er ein System einer idealen Welt, die paradoxerweise eine Welt ohne Menschen ist. Menschen haben den Drang nach Freiheit, das Bedürfnis nach Werten und die Neigung, nicht vorhersagbar zu sein. Im 18. Jahrhundert gab es keine Akzeptanz für das kritische Denken eines afrikanischen Philosophen. Amo blieb nur die Flucht aus Europa, am Ende starb er hier in Schama. Während der Wohlstand der Nationen zur Bibel der Wirtschaft avancierte, wurden die Bücher von Anton Wilhelm Amo verbrannt und seine Arbeit geriet in Vergessenheit. Adam Smith theoretisiert im Grunde, wie die Ökonomen nach ihm eine virtuelle Welt, losgelöst von jeglichen Elementen der Gewalt. In seinen Thesen findet die westliche Gewalt, wie sie unbestreitbar drei Jahrhunderte lang geherrscht hat, überhaupt keinen Eingang. In der Epoche von Smith zeigte der Kapitalismus im Sklavenhandel und in der Gefühllosigkeit, mit der er betrieben wurde, sein hässliches Gesicht. Der Sklavenhandel und die Arbeit der Sklaven wurden nur durch die Wirtschaftsbrille gesehen. Alles dreht sich um Zahlen, Gewinn, Verlust. Etwas anderes interessiert dann gar nicht. Und entsprechend war das Verhalten den Menschen gegenüber. Heute gibt es zwar keine Sklaverei mehr, aber wir erleben genau denselben Prozess in unserem Umgang mit Tieren. Mit keinem Wort wird die Sklaverei im Wohlstand der Nationen verurteilt. Das hat natürlich nichts zu tun mit der heutigen Lebensmittelindustrie. Dennoch, die von Adam Smith gepredigte Marktfreiheit geriet zu einer Wirtschaftslehre, für die soziale Verantwortung ein Fremdwort ist. Genauso werden die Tiere, die Fleisch-, Eier- und Milchindustrie rein durch die Wirtschaftsbrille betrachtet. Nur Zahlen, Gewinn, Verlust, Aktien, Prozente, Angebot, Nachfrage. Aber wir handeln in diesem Geschäft mit Lebewesen. Niemand denkt darüber nach. Niemand denkt darüber nach, woher die Milch in seinem Kaffee kommt. Aber mit Hass hat das nichts zu tun. Keiner hasst Kühe. Auf dem Milchkarton ist meistens eine freundlich guckende, glückliche Kuh abgebildet. Wir wollen ja gar nicht, dass die Kühe leiden. Wir denken einfach nicht an sie. Und was es uns ermöglicht, nicht an sie zu denken, ist das Prinzip, auf dem die kapitalistische Wirtschaft aufbaut. Die Welt, wie Adam Smith sie voraussah. Eine Welt, in der nichts anderes zählt als Gewinn und Verlust, Angebot und Nachfrage und Zahlen. Und in der alle Fragen und Überlegungen der Ethik, der Religion und alle diese Dinge außen vor bleiben. Smith bezweifelte, ob eine Gesellschaftswissenschaft oder eine Wirtschaftswissenschaft überhaupt möglich seien. Er äußerte sich immer sehr vorsichtig, wenn es um die Verwirklichung des freien Marktes ging. Die Fragen, deren Erörterung Smith für überaus schwierig, wenn nicht für unmöglich hielt, waren, die der sozialen Gerechtigkeit, der Fairness und des Zusammenhalts der Gesellschaft überhaupt. Im Verlauf der Geschichte ist uns verloren gegangen, über die politischen und die ethischen Dimensionen des Fortschreitens zu einer vollentwickelten Marktwirtschaft nachzudenken. Ich hege große Bewunderung für Smith, weil er ein Vordenker des Kapitalismus ist. Smith antizipiert den revolutionären Charakter einer Arbeitsteilung, die proportional auf die Größe des Marktes abgestimmt ist. Er war allen anderen Theoretikern voraus. Sämtliche auf ihn folgenden Denker kamen Jahrhunderte oder doch zumindest ein halbes Jahrhundert zu spät. Um es überspitzt zu formulieren, so wie sie heute propagiert wird, hinkt die Nationalökonomie 100 Jahre hinterher. Die Thesen in Wohlstand der Nationen haben sich zu einer wirtschaftlichen Realität entwickelt. Aber warum sind die ethischen und politischen Anliegen von Adam Smith in diesem Prozess verschwunden? Weil die Gier gesiegt hat. Und weil die Gesellschaften sich in die Logik des freien Marktes fügen. Und weil die Gier gesiegt hat, und weil die Gier gesiegt hat, und weil die Gier gesiegt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin 44 Jahre alt, hier in Flint, Michigan geboren und aufgewachsen und in der dritten Generation Arbeiter bei General Motors. Ich bin Elektriker und war sechs Jahre lang Vorsitzender der örtlichen Gewerkschaft der Autoarbeiter. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder. Seit Ende der 1970er Jahre hat General Motors seine Werke in den USA nach und nach geschlossen. So auch das in Flint, Art Drain's Heimatstadt. Die Produktion wurde zunächst nach Mexiko, dann nach China abgezogen. Das ist der Dort Highway Komplex. Hier haben 10.000 Menschen gearbeitet. Ich bin zum ersten Mal da, seit sie alles abgerissen haben. Der ökonomische Tornado, der über das GM-Werk in Flint hinwegfegte und zum Verlust von zehntausenden Arbeitsplätzen führte, ist das Ergebnis einer politischen Entscheidung. Der unvermeidliche Tribut, der in einem globalen, freien Markt zu zahlen ist. Seine Regeln wurden im 19. Jahrhundert von zwei Männern definiert, die miteinander befreundet waren. David Ricardo und Thomas Malthus. Auf ihren Ideen basiert unser heutiger grenzenloser Wettbewerb im Spannungsfeld politischer und wirtschaftlicher Interessen. Hier im Herzen der City of London ging David Ricardo seinen Geschäften nach. Wir stehen hier vor dem Gebäude der Royal Exchange. Ihr Grundstein wurde 1565 gelegt, fast 200 Jahre vor Ricardos Zeit. Den Aktienhändlern war insbesondere im 17. Jahrhundert der Zugang verboten, weil sie als ungehobelt galten. Aber wenn wir an der rechten Seite der Royal Exchange weitergehen, gelangen wir in die Seitengassen, wo Ricardo und die anderen Aktienhändler sich trafen. Ricardo wurde in England geboren und studierte dort. Bereits im Alter von 14 Jahren begann er mit seinem Vater an der Börse zu arbeiten. Die Börse war damals ein relativ loser Zusammenschluss von Menschen, die sich in Kaffeehäusern der Change Alley trafen. In der Nähe der Bank of England. Hier stand das Jonathan's Coffee House. Irgendwann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts meißelte jemand den Namen Stock Exchange, Aktienbörse über dessen Eingang. Das war wohl die eigentliche Geburtsstunde der Londoner Börse. England war im 18. Jahrhundert in mehrere weltweite Handelskriege verwickelt. Das Land war das Handelszentrum der Welt. Es besaß die modernste Börse der Welt, auch wenn sie in vieler Hinsicht primitiv war. Ricardo war sehr erfolgreich. Schon im Alter von 15 oder 16 Jahren handelte er nebenher auf eigenes Risiko. Mit 20 war er bereits ein reicher Mann. 1796 kaufte er als betuchter Mann Land und reiste nach Bath. In einem Nobelhotel in Bath las er zum ersten Mal »Der Wohlstand der Nationen« von Adam Smith. Er begann über die Wirtschaftspolitik im weiteren Sinn nachzudenken. Die Produkte der Erde, alles was von ihrer Oberfläche durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinerie und Kapital gewonnen wird, werden unter drei Klassen der Gesellschaft verteilt. Nämlich die Eigentümer des Bodens, die Eigentümer des Vermögens oder Kapitals, das zu seiner Bebauung notwendig ist, und die Arbeiter, durch deren Tätigkeit er bebaut wird. David Ricardo über die Grundsätze der politischen Ökonomie und Besteuerung. Anfang des 19. Jahrhunderts beobachten Leute wie Ricardo gewisse Entwicklungen mit Sorge. Die Landflucht, das Bevölkerungswachstum, die Industrialisierung. Wie würden sich die gesellschaftlichen Reichtümer wohl auf lange Sicht verteilen? Ricardo vertritt die These, dass der Preis von Agrarland mit der Zeit einen immer größeren Teil allen Wohlstands absorbieren könnte. Demnach wären die Grundbesitzer, ohne Intervention von außen, irgendwann unermesslich reich. Warum? Nun, in Ricardos Vorstellung wird fruchtbarer Boden langfristig zu einem extrem seltenen, kostbaren Gut. Es ist die pessimistische Sicht einer stagnierenden Wirtschaft. Grund und Boden sind überbewertet und können die schnell wachsende Bevölkerung nicht mehr ernähren. Die Grundbesitzer begnügen sich damit, ihre Pacht einzutreiben. Verantwortlich für diesen Pessimismus ist Thomas Malthus, ein Freund Ricardos. Seine Arbeiten über das Bevölkerungswachstum haben die britischen Intellektuellen jener Zeit zutiefst beeinflusst. Malthus wurde 1766 geboren. Er wurde zu Hause unterrichtet und besuchte eine den Unitariern nahestehende Schule, bevor er aufs College ging. Später ging er nach Cambridge. 1798 veröffentlichte er anonym seinen ersten Essay mit dem Titel »An Essay on Population« über das Bevölkerungswachstum. Die Bevölkerung zeigt Malthus darin auf, würde rascher wachsen als ihre Fähigkeit, genügend Nahrungsmittel zu produzieren. Darin fragt er, wodurch wird die Zahl der Menschen in Schach gehalten? Und er antwortet, durch Elend und Verbrechen. Und unter Elend subsummiert er alles, was zum Tode führt. Thomas Malthus, who fancied himself something of a mathematician, limairly decided that the world would be out of food by 1890. He blamed reduced mortality rates. Die ökonomischen Vordenker sind politische Wesen wie wir. Und sie sehen die Welt, die sie umgibt. Und jene Welt wird in der Zeit nach 1790 von der französischen Revolution bestimmt. Diese sehr politische Besorgnis angesichts des Fortgangs der französischen Revolution müssen wir uns vor Augen halten. Nur durch sie lässt sich Malthus' Angst in Bezug auf die Überbevölkerung erklären und nachvollziehen. Der dominante Gedanke war, vielleicht wird die moderne Welt ganz schrecklich, weil das Bevölkerungswachstum alle ins Elend und in die Revolution stürzen kann. Aber David Ricardo weiß eine Antwort auf die düstere Sicht seines Freundes. Wie sein Vorgänger Adam Smith erforscht er die Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftswachstums. Und er formuliert eine Reihe konkreter Vorschläge zur Liberalisierung des Marktes und die Förderung privaten Unternehmertums. Im 21. Jahrhundert werden die Ideen David Ricardos von der Welthandelsorganisation WTO in die Praxis umgesetzt. Das Prinzip wurde von Riccardo gut erklärt. Ganz einfach, wenn Sie etwas besser machen als ich und ich etwas besser mache als Sie, dann ist es in unser beider Interesse, unsere Märkte für den freien Warenaustausch zu öffnen. Ich profitiere von Ihrem Know-how und Sie von meinem. Das ist Ricardos Kernaussage. Riccardo gibt seinem Freihandelsmodell einen Namen. Theorie der komparativen Kostenvorteile. Das Konzept entstand aus einer emotional geführten Debatte um die Verringerung der Importzölle auf Getreide. Anlass dazu bot die mächtige Stellung der Grundbesitzer. Mit dem Fall des Getreidezolls würde der Wettbewerb beflügelt und der Brotpreis gesenkt. Riccardo sagte, stellen Sie sich vor, England und Portugal produzieren jeweils zwei Güter, Tuch und Wein. Sie produzieren zwei Dinge, ich ebenfalls. Ich bin besser in der Produktion von Tuch und Sie besser in der Produktion von Wein. Warum sollte ich Tuch und Wein herstellen, wenn ich mich spezialisieren kann? Wenn ich meinen komparativen Vorteil, meine besondere Fähigkeit bei der Produktion von Tuch nutze und mehr Tuch produziere, dann kann ich mehr produzieren, als wenn ich beides herstelle. Und für sie ist es von Vorteil, wenn sie sich auf die Weinproduktion spezialisieren. So entstanden bestimmte Thesen von Vollbeschäftigung, vom freien Zugang aller Länder zur selben Technologie, wie der Trick eines Zauberers. Aber der Trick geriet in Vergessenheit. Plötzlich hieß es, das Modell sei universal gültig. Alle Länder sollten sich daran halten. Das war die theoretische Schlussfolgerung, die von ein paar Zynikern höchst eloquent zur Forcierung des Freihandels genutzt wurde. Ist Ricardos Außenhandelstheorie also ein magischer Trick oder ein Motor für mehr Wachstum und Wohlstand? Der auswärtige Handel ist wohltätig für ein Land, insofern er die Menge und Verschiedenartigkeit der Gegenstände erweitert, auf welche man sein Einkommen verwenden kann. Und insofern er durch Überfluss und Wohlfeilheit der Waren, zur Sparsamkeit und zur Kapitalansammlung antreibt. David Riccardo, Grundgesetze der Volkswirtschaft und Besteuerung. Riccardo konzipierte sein System zu einer Zeit, als die Entfernung in der Welt noch eine große Rolle spielte. Sie war ein Hemmschuh für den internationalen Warenaustausch. Die Handelspartner waren weit voneinander entfernt. Der Transport war kostspielig. Seit Riccardo wurden die Transportkosten jedoch beträchtlich reduziert. Durch technologische Errungenschaften, neue Verkehrsmöglichkeiten, Containerschiffe, das Internet. Daher ist seine Theorie heute sehr viel effizienter, als sie es in der Vergangenheit jemals war. Unsere Nachforschungen zum tatsächlichen Kern von Riccardo's Theorie und zu ihrer praktischen Anwendung im 21. Jahrhundert beginnen in der Autostadt Flint. Als ich damals auf dem Höhepunkt der Produktion der Division 11 hier anfing zu arbeiten, war ich ungefähr 25 Jahre alt. Ich erinnere mich an meine Begeisterung. Ich dachte nicht an das, was in 20 Jahren sein würde. Ich hatte einen sicheren Arbeitsplatz, liebte meinen Job, war gern Elektriker, mochte meine Kollegen. Damals begann ich mich mehr und mehr in den Gewerkschaften zu engagieren und setzte mich für die Rechte der Arbeiter ein. Richtig eingestiegen bin ich, als die Dinge anfingen, den Bach runter zu gehen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Unkraut wuchert, wo wir früher etwas hergestellt haben, das in jedem Fahrzeug von General Motors steckte, das ist einfach schrecklich. In Flint hat der Zauber nicht gewirkt. Aber vielleicht funktioniert er ja in Mexiko, der neuen Heimat von General Motors. Die USA sind reich an Kapital und Mexiko ist reich an Arbeitskräften. Wenn wir diese beiden Länder zusammenbringen, entsteht zwangsläufig eine starke Komplementarität. Und dies hat sich auch bereits gezeigt. Doch auch in Mexiko ist nicht alles Gold, was glänzt. Auf dem Land wird der Freihandel keineswegs als Verheißung gesehen, vielmehr als eine Bedrohung wegen der Öffnung des Landes für billigeren US-Mais. Diese Leute, die auf den Spitzenposten der Ministerien sitzen, machen ihre Agrar- und Nahrungspolitik ohne... Das Freihandelsabkommen zum Beispiel macht uns keine Angst. Aber ich finde, dass wir Landwirte und Bauern benachteiligt sind. Die Produzenten in den USA erhalten viel Unterstützung und hohe Subventionen. Wir bekommen nur unser Pro Campo von 1100 oder 1200 Pesos pro Hektar. Wie vereinbarte Riccardo die faktische Suche nach billigen Arbeitskräften und neuen Märkten mit seinem Postulat vom Wohlstandsgewinn für alle? In zwei wichtigen Abschnitten seines Buches erläutert Riccardo, jeder, der einen Arbeitsplatz in der portugiesischen Tuchproduktion verliert, muss einen Job in der dortigen Weinproduktion erhalten. Und in England umgekehrt genauso. Dahinter steckt die Annahme, dass alle Arbeitsplätze finden. Und Riccardo sagt sehr explizit Nein zur Kapitalmobilität. Er geht davon aus, dass der Kapitalist, der entscheidet Tuch herzustellen, weil die Expertise und die Technologie vorhanden sind, nicht auf die Idee kommt, weil die Löhne in einem anderen Land niedriger sind, mit seiner Technologie dort zu produzieren und hier einfach nur zu verkaufen. Es liegt nicht am Freihandel oder an Riccardo, dass General Motors den Flint-Standort aufgegeben hat. Der Grund war einzig und allein die Suche nach billigerer Arbeitskraft. Bei dem Gedanken von freiem Handel geht es ausschließlich darum, die Interessen bestimmter Gruppen zu fördern. Im Wesentlichen die der großen Unternehmen, die zu finanziellen Großkonzernen wurden und ihre Standorte sehr schnell verlegen können. So gesehen wird der Öffentlichkeit ein bestimmtes Gesellschaftsmodell verkauft. Nicht nur mit dem Gerede von freiem Markt und Freiheit, sondern auch mit der Rhetorik angeblich wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was hat es wirklich auf sich mit der Geschichte vom freien Welthandel, unbeachte des Arguments der Wissenschaft und Riccardo's Grundthese vom komparativen Vorteil? Der weltweite freie Markt wurde vom Imperialismus geschaffen, mit Gewehren und Kanonenbooten. Ohne die Kolonisation hätte Großbritannien niemals Märkte für seine Produkte schaffen können. Statt Kanonenbooten nehmen heute Schiffe mit Produkten aus dem Süden Chinas Kurs auf den Weltmarkt. Sie symbolisieren die wachsende Wirtschaftsmacht des Landes. Diese Kinder kommen nicht der Schiffe wegen. Ihr Besuch gilt dem Museum direkt nebenan. Es handelt von einer Seeschlacht, die nur 15 Jahre nach dem Tod David Riccardo's ausgetragen wurde. Der Freihandel erzwungen mit Waffengewalt. Der Opiumkrieg. Die chinesische Regierung ließ einen Film darüber drehen, um an diesen Geschichtsabschnitt zu erinnern. Ende des 18. Jahrhunderts versuchten die Briten, Textilien aus Baumwolle und Wolle zu verkaufen und scheiterten mit beidem. Denn Wolle war für das chinesische Klima zu warm. Und es gab dort bereits eine fortschrittlichere Textilindustrie. Den Handel mit den Chinesen konnte England im Wesentlichen nur mit Kanonenbooten und durch den Verkauf von Opium ausbalancieren. Das bedeutete, sie mussten die Nachfrage nach Opium erzeugen. Das war schlicht und ergreifend die Versklavung von Menschen durch Drohung. Das ist die Geschichte, wie der freie Handel entstand. Der Kaiser zeigt sich alarmiert angesichts der rasant um sich greifenden Drogensucht im Volk. Er lässt seinen General Lin Zé-Ju alles vorhandene Opium vernichten, den Verkauf verbieten und die Händler festnehmen. Nun ist Queen Victoria am Zug. Wenn ich in Lin Zé-Ju's position bin, würde ich auch burnen all die Opium. Aber jetzt ist es nicht die Opium-Issue. Nor die Issue von den Lebens und Proberten von ein paar Merchants. Wenn alle Nationen folgen China's Beispiel und verabschieden Freie-Trade, der British Empire wird nicht mehr in einem Jahr existieren. Das ist die Grund für uns zu benutzen. Die britische Marine siegt über die technologisch unterlegene chinesische Armee. China sieht sich gezwungen, weitere Handelsniederlassungen für ausländische Kaufleute zuzulassen und Hongkong Island an das British Empire abzutreten. Zugeständnisse im Namen des Freihandels. Die Schaffung eines weltumspannenden freien Marktes für den Imperialismus mit Hilfe von Gewehren und Kanonen ist der Globalisierung der vergangenen 20, 30 Jahre gar nicht so unähnlich. Natürlich heißt es immer, alle wollten unbedingt auf den globalen freien Markt und ihren komparativen Vorteil ausnutzen und so weiter. Doch betrachten wir die tatsächliche Entwicklung des globalen freien Marktes in den vergangenen zwei oder drei Jahrzehnten, trifft das ganz und gar nicht zu. Clermontel ist ein Opfer des Freihandels. In Port-au-Prince hat sie Zuflucht gefunden. Für Haiti bedeuten die internationalen Anleihen eine moderne Auflage des Opiumkrieges. Das Leben ist hart. Sogar wenn du 50 Dollar in der Tasche hast, hast du nichts davon. Damit kannst du dir nichts zu essen kochen. Du bist eine Frau und du kannst nichts machen. Du kannst nichts anderes machen, als ein bisschen zu handeln. In Port-au-Prince musst du das Wasser kaufen. Du musst alles, was du brauchst, kaufen. Das Leben ist sehr hart geworden. Aber wenn du handelst, wirst du zumindest irgendetwas haben. Auch wenn das keine Lösung für die Zukunft ist. Du bleibst hier, stehst jeden Tag auf. Du kaufst Wasser, du kaufst Seife. Clermontel baute hier, in der Gegend von Artibonit, Reis an. Aber dann wurde sie gezwungen, ihr Land aufzugeben. Der erste Tiefschlag für die Agrarproduktion Haitis kam mit der Liberalisierung unmittelbar nach dem Staatsstreich 1986. Mit einem Mal wurde der Binnenmarkt überschwemmt von einer enormen Menge an billigem Reis. Der Preisunterschied gegenüber dem einheimischen Reis war riesig. Es führte nicht zuletzt zu einer rapiden Verarmung der Kleinbauern. In ihrer Not bleibt ihnen nichts anderes übrig, als nach Port-au-Prince zu gehen und Arbeit zu suchen. Arbeit, die sie nicht finden. Washington verlangte von zahlreichen Entwicklungsländern, darunter Haiti, die Öffnung ihrer Märkte. Das war die Grundvoraussetzung für ein Land, um einen Kredit des Internationalen Währungsfonds IWF zu erhalten. Das Gremium war nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, unter anderem, um den Freihandel als Wachstumsfaktor zu fördern, wie von Ricardo gepredigt. The Allies had barely landed at Normandy, when the idea of a Monetary Fund began to move rapidly from concept to reality. The idea was that by working together to increase world economic welfare, nations would also increase the chance of political peace. In den 1950er Jahren und insbesondere in den 1960ern wurden viele Länder unabhängig. Die Wachstumserwartung in Ländern, die wir heute als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnen, war gestiegen. Sie versuchten Geld zu leihen, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren, und dann gerieten sie in Schwierigkeiten. Sie kamen und sagten, na gut, wir geben euch über die Wachstumsfaktor. Die Wachstums- und Überbrückungskredite, aber dafür gibt es Bedingungen. Die Bedingungen entsprachen im Wesentlichen einer extremen Ideologie des freien Marktes und gaben das Land frei, um von transnationalen Konzernen vollkommen ausgeplündert zu werden. Wenn diese Länder in Schwierigkeiten geraten und ihre Schulden bei den externen Gläubigern nicht tilgen können, sollten wir sie dann fallen lassen? Das geschah in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und das war sehr schlecht. Oder sollte eine multinationale Körperschaft gegründet werden, auf der Basis eines idealen Systems von Regeln, um neu über die Schulden zu verhandeln und dem Land dabei zu helfen, einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen. In Ghana wurden, wie in Haiti, Darlehen zur Schuldenreduzierung gewährt, vorausgesetzt, das Land öffnete sich ausländischen Investoren. Das Ganze trug den Namen Strukturanpassungsprogramm. Auf diesem Markt können sie leicht erkennen, welche Massenarbeitslosigkeit in Ghana herrscht. Die Leute verkaufen Waren und Dienstleistungen. Die Schattenwirtschaft wird immer größer. Reis aus Thailand, amerikanischer Reis, vietnamesischer Reis, diesen Reis importieren wir. Das geschieht, wenn die Wirtschaft liberalisiert wird. Billiger Import von Waren und Dienstleistungen auf Kosten der lokalen Erzeugnisse. Vor circa 20 Jahren wurde heftige Kritik an der Globalisierung laut. Das Hauptargument der Gegner lautete, für die Entwicklungsländer ist das System nicht gut. Wenn wir einen freien Wettbewerb zwischen Armen und Reichen, zwischen strukturschwachen und starken Ländern zulassen, dann ist das wie ein Kampf von David gegen Goliath. Der kleine wird immer den kürzeren ziehen. Ein Land investiert sein Kapital in ein anderes Land und übernimmt dadurch dort die Führung. Von den Ökonomen wird dieses Prinzip gelobt. Aber die Inbesitznahme durch ein fremdes Land ist nicht unbedingt ein Garant für eine gelungene gesellschaftliche und politische Entwicklung. Die Liberalisierung unserer Wirtschaft bedeutete, dass unser Markt ausländischen Interessen geöffnet wurde. Deshalb wurden die meisten Fabriken hier um uns herum an private ausländische Investoren verkauft. Oder sie wurden abgerissen und neue Gebäude wurden gebaut. Werfen wir einen Blick auf die Wirtschaftsgeschichte der letzten 50 Jahre. Die Erfahrung zeigt, jene Länder, die einen freien Handel zuließen, hatten im Schnitt bessere Wirtschaftsdaten als die Staaten, die dies nicht oder nur in beschränktem Maße getan haben. Auch im sozialen Bereich gab es meist deutliche Verbesserungen. Ein Extrembeispiel ist die koreanische Halbinsel. Südkorea ist hervorragend entwickelt, weil sich das Land geöffnet hat, während Nordkorea bekanntlich weiter in einem desolaten Zustand ist, weil es verschlossen bleibt. Viele asiatische Länder, allen voran Japan, Korea und Taiwan und auch China, erreichen inzwischen westliches Produktionsniveau. In erster Linie, weil sie ihre Produktivität verbessert und technologisch aufgeholt haben. Nicht, weil der Westen massiv in Japan und China investiert hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Während wir es erleben, sind wir uns dessen nicht bewusst. Aber wenn wir später zurückschauen, dann können wir sagen, ich habe eine der schnellsten sozioökonomischen Transformationen in der Geschichte der Menschheit miterlebt. Mir wurde klar, dass die wirtschaftlichen Veränderungen, die in meinen etwa 40 Lebensjahren stattgefunden haben, dem entsprechen, was in England zwischen heute und der Zeit Georges des Dritten geschah. Als die Vereinigten Staaten noch britische Kolonie waren. Diese Veränderungen wurden durch den Schutz junger Wirtschaftszweige erreicht. In diesem Museum entdecken die Besucher, in Wachs gegossen, die Architekten der südkoreanischen Industrialisierung. Es sind allesamt hochrangige Militärs. Sie bauten das erste Stahlwerk des Landes, den Schlüssel zu Südkoreas Entwicklung. Das Vorhaben wurde von der Weltbank und den internationalen Investoren zunächst abgeschmettert. Es galt als zu ehrgeizig und unrealistisch für ein armes Land wie Korea. Doch das Land fand alternative Finanzquellen und setzte einen General an die Spitze des staatseigenen Unternehmens. Heute zählt POSCO zu den drei größten Stahlgiganten der Welt. Das Projekt ist ein direkter Angriff auf die herkömmliche Wirtschaftstheorie. Es verstößt gegen fast jede bekannte Lehre der Wirtschaftswissenschaft. Es gibt in der Geschichte kein Beispiel dafür, dass sich ein Land durch einen solchen Prozess entwickelte. Ich bin Amy Goodman hier mit Juan González. In einem Bericht gibt die UNO den Liberalisierungsprogrammen die Schuld am Untergang der Agrarproduktion. Die Entwicklungsländer sind nicht industrialisierter als zuvor, im Gegenteil. Viele können heute ihr eigenes Volk nicht mehr ernähren. Nun ist das vielleicht noch mehr klarer als in der Fall von Haiti. 30 Jahre alt, Haiti hatte all die Reise it needed. Dann in 1986, Haiti turned to the IMF für a loan. Now, after cutting tariff protections auf local Reise, Haiti imports most of its Reise von den USA, die in turn remains heavily subsidized. Since 1981, the United States has followed a policy that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food. So, thank goodness, they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It may have been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people. David Ricardos Theorie wurde blindlings angewandt. Warum zimmerte er ein Wirtschaftsmodell, das in der Praxis nicht anwendbar war und niemals anwendbar sein wird? In jeder Wirtschaft der letzten 1000 Jahre gab es eine Gruppe von Ökonomen, die den Finanzsektor repräsentierten und eine, die die nationalen Interessen von Industrie und Landwirtschaft vertrat. Riccardo war der Sprecher der britischen Banker, also ein Banklobbyist. Er hatte folgendes Problem. Zu seiner Zeit, nach den napoleonischen Kriegen, gingen drei Viertel des britischen Haushalts als Zinsen an die Inhaber von Obligationen und es gab Widerstand gegen Auslandsanleihen. Riccardo argumentierte genauso wie alle klassischen Ökonomen nach ihm. Nämlich, lassen wir das alles außer Acht. Ich stelle die Wirtschaft so dar, als beruhe die gesamte Ökonomie auf dem Handel. Als gäbe es keine Schulden. Als gäbe es kein Geld. Als wäre Geld nur eine Verschleierung. Er vertritt gewiss die Interessen seiner Klasse. In diesem Fall die Interessen eines Börsenmaklers und Spekulanten. Aber nicht immer. Wie jeder von uns versucht er auch, aus einem uneigennützigen, logischen Blickwinkel heraus zu argumentieren. An Riccardo sehen wir, dass in der politischen Ökonomie die Logiker gesiegt haben. In gewisser Weise ist er der Begründer unserer heutigen Mathematisierung. Ich liefere Konzepte, die sich geschickt mathematisch umsetzen lassen und zeige, dass es zu einem Gleichgewicht kommt. Auch wenn das in der Praxis nie der Fall ist. Insofern spielt Riccardo eine wichtige Rolle. Er weist falsche Thesen nach, um ein Modell zu rechtfertigen. Hierin ist er ein großer Vorreiter. Durch Riccardo's vehementes Eintreten für den vermeintlichen Segen der Arbeitsfreizügigkeit wurden die Folgen des Freihandels noch dramatischer. Bis Ende des 19. Jahrhunderts können die Arbeiter auf der Suche nach einer Beschäftigung nicht einfach in eine andere Stadt ziehen. Das will David Riccardo ändern. In seinem Kampf findet er bei seinem Freund Thomas Malthus wichtige Unterstützung. Port-au-Prince. Die Hauptstadt Haitis gleicht einem malthusianistischen Albtraum. Die englischen Städte zu seiner Zeit dürften nicht viel anders ausgesehen haben. Doch in England bekam ein notleidender Bauer wenigstens noch Hilfe von seiner Pfarrgemeinde. Gegen dieses Wohlfahrtssystem läuft Malthus Sturm. Denn das ermöglicht Menschen, die nicht einmal für sich selbst, geschweige denn für Kinder sorgen können, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Außerdem nimmt es ihnen die Motivation zu arbeiten. So sieht das auch David Riccardo, inzwischen Mitglied des britischen Unterhauses. Er beantragt, dass die Löhne und überhaupt alle Kontrakte dem freien und lauteren Wettbewerb des Marktes überlassen und der Kontrolle des Gesetzgebers entzogen werden. Anders gesagt, die öffentliche Fürsorge schadet den Gesetzen des Marktes. 1832 wird eine nationale Kommission zur Revision des Armenrechts eingerichtet. 1834 wird ein neues Gesetz zum Armenrecht erlassen. Darin wird unter Berücksichtigung der Argumente von Malthus und Riccardo der Bau von Arbeitshäusern verfügt, wobei die Bedingungen in den Arbeitshäusern noch elender sein sollen als die Lebensbedingungen der ärmsten Arbeiter, die nicht im Arbeitshaus leben. Vor dem Inkrafttreten der Neufassung des Armenrechts von 1834 bekamen Bedürftige Zuwendungen und blieben in ihrem Zuhause. Jetzt wurden sie gezwungen, in die Arbeitshäuser zu ziehen und dort für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. für ihre Leben. Stand still. Harking to what I have to tell you. First off, you've all got an order of admittance, I trust. And any rabble you've brought with you'll be taken away. Then you'll be stripped and washed. Once you clean, you'll be given your workhouse uniform. It is not your property. Charles Dickens Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieb Charles Dickens die Arbeitshäuser. Und das sind genau die Arbeitshäuser, die nach der Neufassung des Armenrechts 1834 entstanden. Ich denke, das hatte großen Einfluss auf die Arbeiterschaft. Die britische Gesellschaft wurde schließlich zu einer reinen Marktgesellschaft. Die Arbeit wird freigesetzt, wie das Land und das Kapital. Die Arbeiter müssen Arbeit finden. Ihr Lohnniveau wird von den Kräften des Marktes bestimmt. Sie können sich frei bewegen, Unterstützung gibt es nicht mehr. Und schon hat man eine wahre kapitalistische Marktgesellschaft. Und sowohl Malthus wie Riccardo spielten dabei in mancher Hinsicht eine wichtige Rolle. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche Auswirkungen die Befreiung der Arbeitskraft in der englischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts nach sich zog, reicht ein Blick auf das heutige China. China in den vergangenen 30 oder 40 Jahren. Wer sich das vorstellt, vor 30 Jahren lebte die große Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land. China war weitgehend eine bäuerliche Gesellschaft. In den letzten 20 bis 25 Jahren, woher kommt dieses Heer von Arbeitern in all den Städten an der chinesischen Südküste? Wenn bei einer überwiegend ländlichen Bevölkerung, in der die meisten Menschen Bauern waren, Land, das Gemeinbesitz war, zu Privatbesitz gemacht wird, selbst wenn das Land anfangs aufgeteilt wird und jeder ein Stück Land bekommt, dann kommt es sehr schnell dazu, dass manche ihr Stück Land verlieren und andere mehr Land dazugewinnen. Sehr schnell gibt es dann große Landbesitzer und kleine Landbesitzer und sehr bald hat ein großer Teil der Bevölkerung gar kein Land mehr und wird potenziell zu einem Heer von Arbeitern. Dank David Ricardo und Thomas Malthus kann sich diese Arbeitskraft auf der Suche nach Arbeit nunmehr frei bewegen. Bereit, sich auf einem globalisierten Markt selbst zu veräußern. Sie verließen das Dorf und strömten in die Stadt. Sie veränderten ihre Lebensumstände, waren nicht mehr Bauern in einer sehr traditionellen ländlichen Umgebung, sondern Arbeiter in einem globalen, kapitalistischen System. Das internationale Potenzial an Arbeitskräften hat General Motors ermöglicht, Standorte in China und Mexiko zu eröffnen. Die Arbeiter von Flint, die in diesem Wettbewerb nicht mithalten können, bleiben auf der Strecke. In diesem Viertel lebte ich Anfang der 80er Jahre, als ich in Flint als Rechtsanwältin anfing. Die Häuser wurden von General Motors gebaut, als das Unternehmen Arbeiter für seine Fabriken hierher brachte. Niemand kann diese Häuser kaufen, und es ist kein Geld da, um sie abzureißen. Deshalb wird diese Gegend allmählich immer verlassener und trauriger. In Flint enden die Ideen Ricardos in einer Sackgasse. Zuerst verließ General Motors die Stadt, um andernorts billigere Arbeitskraft zu finden, und der Freihandelsbegriff von Riccardo wurde ad absurdum geführt. Dann begann der Staat Michigan, bestimmte Hilfen für die Ärmsten auszusetzen. Eine Neuauflage der Armutsgesetze, ganz im Stil der von Malthus initiierten Debatte. In den letzten sechs Monaten hat unsere Organisation gegen eine Maßnahme der Sozialbehörde von Michigan protestiert, die mehr als 30.000 Menschen die staatliche Unterstützung entzieht. Sie konzentriert sich nun im Wesentlichen nicht mehr darauf, welchen Menschen wie geholfen werden muss, um sie aus der Armut herauszuholen, sondern auf die Frage, wie viel Geld lässt sich einsparen? Und bei wem können wir Gründe finden, um ihm die Unterstützung zu verweigern? Diese Auffassungen stammen also aus dem Kontext der von Malthus und Riccardo beeinflussten Diskussion des armen Rechts, und sie sind noch nicht überwunden. In gewisser Weise geht es darum, wie viel Macht die Arbeiterschaft haben soll. Denn je sicherer das soziale Netz ist, je höher die Mindestlöhne angesetzt werden, damit die Lebenshaltungskosten tatsächlich gedeckt werden können, desto mehr Macht bekommen die Arbeiter. Und das wird im weiteren Kontext des globalen Kapitalismus meist als echtes Problem betrachtet. David Riccardo starb am 11. September 1823, im Alter von 51 Jahren. Nur wenige Besucher finden den Weg zu seinem Grab in der englischen Provinz. In der Öffentlichkeit ist der Theoretiker kaum bekannt. Dabei hat seine Lehre das Gesicht der Erde grundlegend verändert. Sie schuf gewaltige Reichtümer und richtete zugleich furchtbare Schäden an. Riccardo isoliert die Wirtschaft von den anderen Sozialwissenschaften und ermöglicht auf diese Weise eine rein ökonomische Reflexion. Das ist ein Gewaltakt, und das macht ihn in der Geschichte des Denkens so bedeutend. Adam Smith stellte eine Verbindung mit dem Recht her, mit der Rolle des Fürsten, mit dem Prozess der Gemeinschaftsfähigkeit. Riccardo dagegen erklärt die Wirtschaft, durch die Wirtschaft. Er spezialisiert sie. Das ist ein wichtiger Wendepunkt, eine große Abzweigung in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaft. David Riccardo und Thomas Malthus hatten großen Anteil an einer Umstrukturierung der Gesellschaft entsprechend der Logik des Marktes. Doch der Protest lässt nicht auf sich warten. In der Gesellschaft werden Stimmen laut, die einen neuen Umgang mit den Gesetzen des Kapitals fordern. Nachdem die Zukunft der Gesellschaft ist. Okay. Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich! Ich freue mich! Und ich freue mich! Ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In Nanjie, dem letzten kommunistischen Dorf Chinas, ist der Osten noch rot. Auf dem zentralen Platz scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und aus den Lautsprechern erklingt noch immer die Stimme des Volkes. Ist der Marxismus das letzte Bollwerk gegen den zügellosen Kapitalismus, der heute in China herrscht? Das Finanzzentrum von London. Auch hier kann es vorkommen, dass Marx überraschend auftaucht. Und dabei hatten wir gedacht, er wäre für immer verschwunden. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und des Kommunismus landete dieses Regierungssystem auf dem Müll der Geschichte. Und Marx gleich mit. Haben wir Karl Marx vielleicht nicht richtig verstanden? Ist seine Sicht auf den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts heute womöglich zutreffender denn je? Chinesische Touristen besichtigen das Geburtshaus von Karl Marx in Trier. Karl Marx wurde 1818 im Rheinland geboren, der westlichsten Provinz Preußens. Dieser Teil des deutschen Bundes war interessant. Er war von Napoleon besetzt gewesen und daher mit den Ideen der französischen Aufklärung vertraut. Das war das Milieu, in dem er aufwuchs. Ich empfinde keinerlei Reue, schreibt eine junge Frau an ihren Geliebten. Wenn ich die Augen fest schließe, ruhe ich wieder an deinem Herzen, trunken vor Liebe und Glück. Ein ganz gewöhnlicher Liebesbrief, geschrieben zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer deutschen Provinzstadt. Das Besondere an ihm ist nur, dass sein Adressat Karl Marx heißt. In Trier lernte er Jenny von Westfalen kennen. Sie war eine gute Partie für Marx, denn als Sohn eines jüdischen Anwalts war er ein gesellschaftlicher Außenseiter. Sie aber war die Tochter eines preußischen Barons. Er besuchte das Gymnasium in Trier und ging dann nach Berlin. Ich nehme an, es wurde von ihm erwartet, dass er zur Universität ging, um dort Jura zu studieren. Er war politisch sehr engagiert, denn nach der Französischen Revolution stellte sich die Frage, ob es eine Art liberale Demokratie geben würde und was aus den autokratisch regierten deutschen Staaten werden sollte. All dies beschäftigte ihn sehr. Über ein Jahrhundert später ist der romantische Student aus Trier zum Schrecken der westlichen Welt und des Kapitalismus im Allgemeinen geworden. Max wird zu einer diabolischen Figur, die hinter jeder gesellschaftlichen Forderung lauert. Die Erklärung für diesen radikalen Wandel vom vielversprechenden Studenten zum gefährlichen Revolutionär findet sich vielleicht hier. Im Untergeschoss des Museums in Trier. Gut geschützt in einem Safe. Das ist das Originalmanifest der Kommunistischen Partei von 1848. In jenem Jahr wird Europa von Volksaufständen erschüttert. Das ist die Chance, auf die Marx nach seinem jahrelangen Engagement für radikale politische Reformen gewartet hat. Ein Gespenst geht um in Europa, heißt es im Vorwort des Manifests der Kommunistischen Partei. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Aber Marx war mit allen seinen Schriften spät dran. Er veröffentlichte das Kommunistische Manifest erst, nachdem die Aufstände von 1848 bereits begonnen hatten. Tatsächlich ging das Kommunistische Manifest gewissermaßen in der Revolution unter und wurde erst später wiederentdeckt. Die Geschichte des Manifests hatte bereits fünf Jahre zuvor in Paris begonnen, als Karl Marx 1843 Friedrich Engels kennenlernte, den revolutionär gesinnten Sohn eines reichen Fabrikanten aus Manchester. Sie trafen sich in einem Pariser Café, das ein weltweit bekannter Treffpunkt für Schachspieler war. Marx und Engels verbrachten zehn Tage und Nächte im Gespräch. Am Ende hatten sie das Gefühl, sich in allem vollkommen einig zu sein. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Marx begegnung mit Engels war ein entscheidender Moment, denn Engels war mit den Verhältnissen in den Fabriken von Manchester vertraut und konnte ihm von den Arbeitsbedingungen erzählen. Sie sind ärgere Sklaven als die Schwarzen in Amerika, schrieb Engels, weil sie schärfer beaufsichtigt werden und dabei wird noch verlangt, dass sie menschlich leben, menschlich denken und fühlen sollen. Wahrlich, sie können es wieder nur im glühendsten Hass gegen ihre Unterdrücker. 1845 reiste Marx mit Engels nach Manchester, wo er Menschen sah, die unter den unwürdigsten Bedingungen lebten, während sie die industrielle Zukunft aufbauten. Er sah Familien, die durch die Arbeit in der Fabrik auseinandergerissen wurden. Die Mütter gaben ihren Säuglingen morgens vor der Arbeit Opium, damit sie den ganzen Tag über betäubt waren und keine Betreuung brauchten. Für den Journalisten und Ökonomen Karl Marx war dies eine Reise in das Versuchslabor der industriellen Menschheit. Das Manifest war 1848 fast unbemerkt geblieben. 1917 wurde es zum Programm der bolschewistischen Revolution. Der Marx, den die Menschen des 20. Jahrhunderts fürchteten, war der Marx des kommunistischen Manifests. Das ist der Mann, den die kapitalistischen Regierungen und westlichen Demokratien für den Kommunismus und seine Gräueltaten im 20. Jahrhundert verantwortlich machten. Aber vielleicht haben wir den Fehler gemacht, uns zu sehr auf die revolutionäre Botschaft zu konzentrieren. Vielleicht hätten wir das Manifest als Analyse der eigentlichen Revolution lesen sollen, über die Marx schrieb, den Kapitalismus. Ladies and gentlemen, Karl Marx und Friedrich Engels waren die ersten, die unkompromising, unrelenting, compulsively iconoclastic nature of Kapitalismus. Es hat sich nicht mehr als Analyse des Seis gebrochen, die Menschen zu verabschieden, die sich nicht mehr als Analyse verabschieden, und hat sich nicht mehr als Analyse geblieben, als Analyse des Seis gebrochen, als Analyse des Seis gebrochen. Und es war Marx, der erklärtete, wie Kapitalismus würde die Sprache, die Kulturen, die Traditionen, sogar die Nationen, in ihrer Wache. In einer Sprache, es schreit ein Welt, nach seiner eigenen Image, er schreibt. Ich würde Ihnen sagen, dass Marx nicht wirklich mehr relevant ist. Marx' Stoch resurgesst auf eine 150-jährige Tipp, was wie die New York Times, die New York Times, die 150er Anniversary, der Publikation des Kommunist Manifest. A text, which more than any other, as they put it, recognized the unstoppable wealth-creating power of capitalism, predicted it would conquer the world, and warned that this inevitable globalization of national economies and cultures would have divisive and painful consequences. Nach der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests wird Marx aus Kontinentaleuropa ausgewiesen. Und so geht er 1850 erneut ins Exil, diesmal nach London. Im Jahr 1850 zog Karl Marx mit seiner Familie in die Dean Street, im Stadtteil Soho. Damals wimmelte es hier von Flüchtlingen, die vor Aufständen auf dem Kontinent geflohen waren. Manche von ihnen besaßen bei ihrer Ankunft nicht mehr als ihre Kleider auf dem Leib. Und viele sprachen kein Wort Englisch. Marx und seine Familie gehörten zu den Glücklicheren. Dennoch bewohnten sie mit drei Erwachsenen und drei Kindern lediglich zwei Räume unter dem Dach. Und aus seinen Erfahrungen und Beobachtungen versuchte Marx, hier nun eine Theorie zu entwickeln. Während Marx mit der Arbeit an seinem Kapital beginnt, wird in London eine große Ausstellung eröffnet, die den Erfolg der industriellen Revolution feiert. Die Weltausstellung war ein Triumph der Industrie und zeigte die größten Errungenschaften der Menschheit. Der Kapitalismus wurde auf den Thron gehoben, während Marx M. sich niederschrieb, warum das System nicht funktionieren konnte. Auch wenn es wahre Wunder hervorbrachte, es würde große Zerstörungen anrichten. Das ist das Original, das Kapital von Karl Marx von 1867. Wenn ich über Marx spreche, frage ich meine Studenten gern, was können wir von Marx lernen, was müssen wir selbst tun? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, denn in der Vergangenheit haben viele ihren Marx gelesen und dann direkt auf die Realität übertragen, nach dem Motto, hier haben wir die Lösung. Aber ich halte das für falsch. Meiner Ansicht nach können wir nur sehr wenig von Marx lernen. Paradoxerweise erfahren wir bei ihm nicht viel über den Sozialismus, den Kommunismus oder die Zukunft. Dagegen lernen wir viel darüber, wie der Kapitalismus funktioniert. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Das Kapital, Band 1. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Tom! Tom, what do you want for breakfast? What do you say? What do you want for breakfast? I don't care. Die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand. Ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt. Das Kapital. Why can't he make up his mind? Oh well. While she gets Tom's breakfast, let's take a closer look at that pan. The iron ore for that pan came from the Masabi Range. So let's start there and see what happened. Maybe it'll give us an idea of just what it is we have. Im ersten Band von Das Kapital gibt es einen kleinen Abschnitt mit dem Titel Der Fetischcharakter der Ware. Damit ist im Prinzip gemeint, dass unsere Alltagserfahrung uns nicht alle Informationen zur Funktionsweise eines Systems liefert. Unsere Erfahrung ist, dass wir mit Geld eine Ware kaufen und sie mit nach Hause nehmen können. Doch das sagt noch nichts über die Arbeit aus, die für diese Ware aufgewendet wurde. Es beantwortet nicht die Frage, warum diese Ware doppelt so teuer ist wie jene. Laut Marx verhüllt das Marktsystem all diese gesellschaftlichen Zusammenhänge. Die Gebrauchswerte von Waren unterschiedlicher Qualität sind nicht quantitativ messbar. Die verschiedenen Waren haben nur eine einzige gemeinsame Eigenschaft, die sie beim Tausch vergleichbar macht. Sie sind das Produkt von Arbeit, das Kapital. Die Industrielle Revolution, deren Anfang wir gewöhnlich um 1780 datieren, basierte auf der Entstehung zahlreicher Fabriken mit großen Maschinen. Und natürlich auf einem Arbeitsablauf, der sich stark von dem der Handwerker unterschied, die zum Beispiel ein Möbelstück zimmerten. Dieser Wandel und der Aufstieg des Industriekapitalismus ab 1780 stellte in Marx' Augen eine entscheidende Veränderung dar. Der Arbeiter hat zum Produkt seiner Arbeit dasselbe Verhältnis wie zu einem fremden Gegenstand. Je mehr sich der Arbeiter von seiner Arbeit entfremdet, desto stärker wird die objektive Außenwelt, die er vor sich erschafft. Und desto mehr verkümmern er selbst und seine innere Welt. Karl Marx Dieser Arbeiter, der Tablets herstellt, möchte nicht erkannt werden. Wir haben ihm eine Kamera gegeben, damit er seinen Alltag außerhalb der Fabrik drehen kann. Diese Arbeiter waren früher Bauern, die von ihren Feldern und ihren Erzeugnissen lebten. Heute stehen sie am Fließband. Die Entfremdung, von der Marx sprach, beginnt mit der Fertigung der Waren. Wenn ich sehe, wie sie sich in den Bus zwängen, erinnert mich das daran, wie ich meine Heimatstadt in der Provinz Guangdong verlassen habe. Auch ich musste damals einen überfüllten Zug nehmen. Du reist mit diesem Zug und steigst schließlich in einer unbekannten Stadt aus. Es ist sehr schwierig, sich hier einzugewöhnen. Wir sind nur hier, um unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Bei Marx ist der Begriff der lebendigen Arbeit von großer Bedeutung. Denn er unterscheidet ihn von den klassischen politischen Ökonomen, die Arbeit als Produktionsfaktor bezeichnen. Denn für sie ist Arbeit etwas, das in den Produktionsprozess einfließt. Für Marx hingegen war die Arbeit selbst ein Prozess. Früher habe ich in der ersten Vorlesung in Geografie immer gefragt, wissen Sie, wo Ihr Frühstück herkommt? Und die Studenten sagten dann, aus der Cafeteria. Und ich fragte, ja, aber ursprünglich, aus dem Supermarkt. Und woher davor? Woher? Wir kamen auf die Arbeiter, die in der Dominikanischen Republik Zuckerrohr ernten, für den Zucker auf ihrem Frühstückstisch. So entwickelten sie eine Beziehung zu der Person, die das Zuckerrohr geschnitten hatte. Aber der Markt verschleiert all diese Informationen. Diese grünen Felder in Indien zeugen von etwas, das Marx als eine weitere Begleiterscheinung des wachsenden Marktes betrachtete. Die Notwendigkeit, immer mehr von der Natur in Waren zu verwandeln. Diese Baumwollproduzenten haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Invasion von gentechnisch verändertem Saatgut zu kämpfen. Saatgut gilt in Indien als Quelle des Lebens. In dem Wort Bija steckt das Wort Jha, Leben. Bei jedem Ritual geht es darum, Saatgut für die Ewigkeit zu bewahren. Genmodifiziertes Saatgut wird heute wie eine Ware produziert. Den Landwirten werden bessere Ernten versprochen, wenn sie es jedes Jahr aufs Neue kaufen. Biotechnologie, die die Welt beantwortet, für ein besseres Zukunft. Heute. Für einige dieser Frauen ist die Hoffnung auf eine üppige Ernte zur Katastrophe geworden. Da genmodifiziertes Saatgut jedes Jahr neu erworben werden muss, waren ihre Männer gezwungen, sich zu verschulden. Alle borgen sich Geld, um das Saatgut auf Kredit zu kaufen. Aber die Kreditgeber verlangen Sicherheiten in Form einer Hypothek auf Grund und Boden. Kann ein Bauer dann zwei Jahre später nicht zahlen, kommt der Geldverleiher, der ein Vertreter der Saatgut- und Pestizidhersteller ist, und sagt, dein Land gehört jetzt mir. Die Ernte hat sich nicht gut verkauft. Die Gesundheit unserer Kinder hat sich verschlechtert. Unsere Schulden sind gestiegen. Als er die Ernte nicht verkaufen konnte, hat er Gift geschluckt. Draußen auf den Feldern. Wie hoch waren die Schulden? Das hat er mir nie gesagt. Sie sagen ihren Frauen nicht, dass sie sich für das Saatgut verschuldet haben, weil sie sich schämen. Der Verlust ihres Landes ist ein Schock, denn die Bauern fühlen sich hier noch sehr mit ihrem Grund und Boden verbunden. Viele beenden ihr Leben dann, indem sie Pestizide trinken. Bis heute gab es bereits 260.000 Selbstmorde. 260.000 Selbstmorde. Durch die Gier nach immer mehr Kapital ist das Saatgut zu etwas geworden, das jedes Jahr neu gekauft werden muss. Es wurde zur Ware, zum Konsumartikel gemacht und stellt so für die Unternehmen eine neue Einnahmequelle dar. Das Leben wird zur Ware. Eine interessante Vorstellung. Ist eine Kuh oder ein Schwein dann auch eine Ware? Ich würde sagen, sie sind schon seit langem zur Ware geworden. Und das kümmert uns auch nicht weiter. Aber wo ziehen wir die Grenze? Vielleicht beim Menschen. Ich denke, wir sorgen uns nur um die Menschen. Möglicherweise hat unsere Gesellschaft diese Grenze bereits überschritten. Her Announcement made headlines around the world. Angelina Jolie underwent a double mastectomy after a genetic test showed she had a mutated BRCA1 gene, giving her an 87% chance of getting breast cancer. Her news put this company, Myriad Genetics, front and center. It has patents on the BRCA1 and two genes. Sobald das Leben zur Ware wird, unterliegt es den Gesetzen des Marktes. Und neu entdeckte Gene können, ähnlich wie Saatgut, durch Patente geschützt werden. Das Investitionssystem in unserem Land ist für viele der Grund dafür, dass wir lange Zeit in sehr vielen Bereichen marktführend waren. So funktioniert das eben. In Marx' Augen verändert unser Produktionssystem nicht nur das Leben, sondern auch unsere Wahrnehmung von der Natur und von uns selbst. Für Marx ist auch der gesellschaftliche Wandel ein Prozess. Aber sowohl die Ideen als auch der Produktionsprozess müssen sich wandeln, sonst ist eine Veränderung bedeutungslos. Das Zusammenspiel zwischen dem Produktionsprozess, den Ideen, den gesellschaftlichen Verhältnissen und den institutionellen Einrichtungen muss sich ändern. Und unser Alltag muss sich ändern. Dieser Fetischismus, um Marx' Begriff zu gebrauchen, verschleiert die Auswirkungen der Vermarktung auf die Gesellschaft. Noch vor 60 Jahren wurden wissenschaftliche Innovationen nur selten patentiert und nie derart industrialisiert. Vor 60 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, den Polio-Impfstoff zum Patent anzumelden oder ihn zu vermarkten. Es gab Zeiten, da hatten wir verrückte Vorstellungen von gesellschaftlicher Solidarität. Heute sind wir alle Individuen, dem Neoliberalismus sei Dank. Ich bezeichne Marx' Ideen gern als Ko-Evolutionäre Theorie des gesellschaftlichen Wandels. Der Kapitalismus ist ständig in Bewegung und mit ihm die Ideen und gesellschaftlichen Beziehungen. Gegen Ende des Kapitals kommt Marx auf den Begriff des Fetischismus zurück. Und der größte Fetisch ist natürlich das Geld und das Kreditwesen. Damit die Nachfrage und die Gewinne von morgen steigen können, hat die Produktion von Finanzierungsbedarf. Es werden Kredite benötigt. Und daraus lässt sich folgern, dass die Akkumulation vom Kapital seit jeher mit einer Akkumulation von Schulden einhergegangen ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Ein großer Teil des Kapitals ist stets fiktiv und besteht lediglich aus Wertzeichen, die als gemeinsames Maß für den Tauschwert dienen. Das Kapital. Was Marx sehr klar aufgezeigt hat, waren die fundamentalen, grundlegenden Beziehungen. Die Beziehung zwischen der Akkumulation von Schulden und der Akkumulation von Kapital lässt sich auf verschiedene Weise betrachten. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Nehmen wir den Wohnungsbau. Woher bekommen die Bauträger das Geld dafür? Sie gehen zu einem Finanzinstitut und sagen, geben Sie uns das Geld und wir kaufen die Grundstücke und bauen die Häuser. Von der Rendite zahlen wir das Darlehen dann zurück. Damit das funktioniert, müssen die Bauträger die Häuser verkaufen. Die Käufer gehen zu demselben Finanzinstitut und sagen, leihen Sie mir das Geld, um das Haus zu kaufen, das Sie finanziert haben. Das ist fiktives Kapital, denn das Finanzinstitut hat mit seinem überschüssigen Geld sowohl den Bau als auch den Kauf der Häuser finanziert. Derzeit erleben wir eine Krise, in der fiktives Kapital allgegenwärtig ist. Aber der brillante Karl Marx sagt, der Fetisch ist nur eine oberflächliche Erscheinung. Ich werde dahinter schauen und euch das wahre Wesen dieses Fetisches beschreiben, aus dem das fiktive Kapital entsteht. Adrian Sobaru kann als Opfer dieser Art fiktiven Kapitals bezeichnet werden. Seine Geschichte beginnt am 23. Dezember 2011 im rumänischen Parlament. Das war ein ganz besonderer Tag, an dem im Parlament eine wichtige Sitzung stattfand. Es wurden politische Angriffe zwischen der regierenden Partei und der Opposition erwartet. Wir saßen alle in der Redaktion, als eine Kollegin plötzlich rief, er ist gesprungen. Daraufhin waren im Fernsehen merkwürdige Geräusche zu hören, denn die Live-Berichterstatter waren auf so etwas nicht vorbereitet. Wir hörten Lärm und sahen Bilder, die wir nicht verstanden, weil wir nicht wussten, wer da, warum, gesprungen war, was passiert war. Ihr habt uns kaputt gemacht. Ihr habt die Zukunft unserer Kinder ruiniert. Ihr könnt uns unser Geld und unser Leben nehmen, aber nicht unsere Freiheit. An jenem Morgen bin ich um drei oder vier Uhr aufgestanden und habe das T-Shirt vorbereitet. Meine Aktion hätte ohne das T-Shirt keine Beachtung gefunden. Ich erinnere mich an den Moment, kurz bevor ich mein Hemd aufknöpfte. So habe ich noch nie in meinem Leben gezittert. Ich habe nicht gegen eine Person, sondern gegen ein System protestiert. Für das Menschen belanglos sind. In dieser kleinen Wohnung in Bukarest haben Adrian Sobaru und seine Frau mit dem mageren Gehalt eines Technikers beim staatlichen Fernsehen zwei Kinder großgezogen. 2011 wurde ihr Einkommen um 25 Prozent gekürzt. Ebenso wie die finanziellen Hilfen für die spezielle Ausbildung ihres autistischen Sohns Karlin. Er ist nicht verrückt. Er hat das aus Protest getan. Auf die Folgen hatte er keinen Einfluss. Aber selbst nach allem, was passiert ist, bereut er nichts. Vielleicht hat er es dazu beigetragen, etwas in den Herzen seiner Mitmenschen zu bewegen. Darauf hofft er immer noch. Wie konnte die Verschuldung seines Landes Adrian Sobaru zu diesem Akt der Verzweiflung treiben? Ich nehme an, das hat damals alle Rumänen schockiert. Aber für mich steht dieser tragische Vorfall in einem viel größeren Zusammenhang. Ich habe viele Jahre lang darüber nachgedacht, was in der Finanzbranche schiefgelaufen ist und wie es zu solchen Entgleisungen kommen konnte. Wir haben festgestellt, dass unser Wachstumsmodell zu simpel und zu sehr dem Finanzmarkt unterworfen war. Durch den freien Kapitalverkehr, die Liberalisierung des Finanzmarkts und die Überschuldung des Privatsektors wurde die Wirtschaft als Ganzes anfällig und verletzbar. Und das kann in einer Krise sehr schmerzhaft enden. Der Zustrom von ausländischem Kapital auf der Suche nach Rendite überschwemmte die rumänischen Banken und bescherte dem Land ein Wachstum, das auf einer hohen Verschuldung basierte. Die Banker nutzten die Gunst der Stunde, um günstige Kredite an die Konsumenten zu vergeben. Über die Bankkanäle gelangte viel ausländisches Geld nach Rumänien, das auch die rumänischen Konsumenten erreichte. Plötzlich konnte sich jeder neue Autos und Häuser kaufen. Die Leute dachten sich, nun, da wir die Marktwirtschaft haben, können wir uns auch mehr leisten. Tatsächlich waren die Erwartungen aber zu hoch. Und vielleicht auch oft falsch. Hier wie anderswo ist die Finanzblase geplatzt. Genau wie Marx es vorhergesagt hatte, sind die Schulden nur fiktives Kapital. Als Angestellter in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt hat Adrian Sobarro nie vom Wirtschaftsboom profitiert. Doch als die Blase platzte, wandte sich der Staat gegen seine schwächsten Bürger, wie ihn. Kapitalkrisen sind ständig in Bewegung. Nehmen wir die jüngste Krise, sie begann auf dem Wohnungsmarkt. Wenn Deputies Alan Matthias und Derek Steverson kommen zu Ihrer Tür, Ihr Haus ist nicht mehr zu Ihnen. Es ist die Bank. Dann waren es die Finanzinstitute. Daraus wurden schließlich Staatsschulden, die auf die Bürger abgewälzt werden. Aber weil viele Menschen diese Last nicht tragen können, sitzen in einigen Fällen wieder die Finanzinstitute auf den Schulden. Marx zeigt diesen Kreislauf sehr deutlich auf. Und wie dieser Kreislauf letztendlich in einem Prozess der Zerstörung mündet. Der Tsunami, der durch die Gier nach Rendite auf das fiktive Kapital ausgelöst wird, trifft am Ende auch Indien, eines der größten Schwellenländer. Der Begriff Schwellenland taucht Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auf. Er wurde von den Mitarbeitern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds geprägt und bezeichnet eine Wirtschaft, die sehr schnell wachsen wird. Warum ist Wachstum für diese Leute so wichtig? Nicht nur, weil sie glauben, dass es die Armut verringern wird. Sie interessieren sich vor allem für das quantitative Maß des Wachstums. Warum? Weil bei näherer Betrachtung ein Wachstum der Realwirtschaft oder des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 8 oder 9 Prozent die Rendite für Finanzinvestoren in den Finanzmärkten sehr viel stärker ansteigen lässt. Daher war die indische Börse 2009 die drittlukrativste der Welt. Die Bombay Stock Exchange bot damals jährliche Renditen von durchschnittlich 48 Prozent, was sehr beachtlich ist. So wurde Indien zu einem Außenposten des globalen Finanzkapitals. Dieses Finanzkapital, das Marx als fiktiv bezeichnete, hat Schätzungen zufolge rund 200 Millionen Menschen den Aufstieg in die Mittelschicht ermöglicht, während gleichzeitig fast 800 Millionen weiter von einem Dollar pro Tag leben müssen. Die heutige Welt ähnelt der Welt, die Marx im 19. Jahrhundert studierte. Er hat sich viele Gedanken über die Ungleichheiten seiner Zeit gemacht, von denen unsere heutigen Ökonomen lernen könnten. Was Marx und den kommunistischen und sozialistischen Bewegungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sorge bereitete, war vor allem die Stagnation der Löhne. Diese Stagnation führte dazu, dass beispielsweise ein amerikanischer Vorstandsvorsitzender, der 1950 das 20-fache seiner Angestellten verdiente, im Jahr 2000 das 120-fache Gehalt erhielt. Und bis 2013 hatte sich nochmals fast verdoppelt. Die Realität des 21. Jahrhunderts sieht also genauso aus wie die des 19. und der vorhergehenden Jahrhunderte. Wir haben ein langsames, strukturelles Wachstum und eine Kapitalrendite, die höher liegt als dieses Wachstum. Und anders als Marx dachte, wird sich dieses Problem nicht von allein lösen. Das heißt, die wirtschaftlichen Kräfte werden diesem Prozess kein natürliches Ende bereiten, sondern er kann ewig so weitergehen. Wenn der Kapitalismus, entgegen Marx' Vorhersagen, nicht vor dem Aus steht, welche andere Erklärung gibt es dann für die Krise von 2008 und ihre Folgen? Der Begriff kreative Zerstörung wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Wirtschaftswissenschaftler Josef Schumpeter geprägt. Schumpeters Aussage war, dass der Kapitalismus sich ständig selbst revolutioniert. Er nannte das den Prozess der industriellen Mutation, der unaufhörlich alte Strukturen zerstört und dafür neue schafft. Und der Motor dieses Wandels ist der Unternehmer. Die positive Seite der kreativen Zerstörung ist, dass ein neues Produkt oder eine neue Produktionsmethode entwickelt wird. Aber es gibt auch den zerstörerischen Aspekt. Ältere Methoden oder Produkte werden dabei verdrängt und das stellt für die Menschen einen Verlust dar. Schumpeter hat sich allerdings weniger mit dem Verlustaspekt als vielmehr mit der kreativen Seite befasst. Schumpeter teilte Marx an sich, dass der Kapitalismus dynamisch ist. In seiner Geschichte der ökonomischen Analyse kritisiert Schumpeter beispielsweise die Theorie des Gleichgewichts. Es gibt kein Gleichgewicht. Ein ständiges Ungleichgewicht. Da ist er einer Meinung mit Marx. Für ihn entstand das Ungleichgewicht dadurch, dass die Unternehmer neue Verfahren, neue Produkte und neue Vermarktungsarten erfinden, die das alte System destabilisieren. Er ergänzt also die Marx'sche Theorie der Akkumulation durch die Feststellung, dass der Kapitalismus selbst durch seine Innovationen den Wert älterer Investitionen zerstört. Befinden wir uns also mitten in einer Krise, die Teil eines ewigen Kreislaufs kreativer Zerstörungen ist? Oder erleben wir gerade das Ende eines Prozesses, wie Marx es für unumgänglich hielt? Das war wohl das Wochenende, bevor Lehman Pleite ging. Normalerweise war es immer ziemlich laut. Aber damals konnte man eine Stecknadel fallen hören. Es herrschte Gradesstille. Ich konnte die Erstarrung des globalen Systems fast körperlich spüren. Und das war ziemlich beängstigend. Das hat mich an vieles erinnert, was ich als junger Mann gelesen und studiert habe. Damals habe ich Marx tatsächlich zum Spaß gelesen. Und all Marx und Engels' Warnung über die Gefahr der Monopoli-Capitalismus und der Konzentrationen Finanzen kamen zu passen. So warum dann keine totalen Zerstörungen der Kapitalismus? Weil gerade um den Weltraum, die Regierungen haben sich gefordert den sogenannten Freemarket ausgedritten. 1991 ist der Sozialismus, zumindest der Kommunismus, mit dem Ostblock untergegangen. 2008 starb der Kapitalismus. Als ich ein junger Student der Wirtschaftswissenschaften war, gab es einen großen Streit zwischen den Sozialisten, die an eine zentrale Planwirtschaft glaubten, und den Hayekianern oder Liberalisten, die auf das Wunder des Marktes setzten. Die Befürworter der Marktwirtschaft argumentierten, dass der Kapitalismus ein evolutionärer Kampf sei, in dem die Stärksten siegen, während die Schwächeren, die weniger produktiv und profitabel sind, untergehen. Die Rettungspakete für die Banken, die nach 2008 geschnürt wurden, waren so etwas wie umgekehrter Darwinismus. Je erfolgloser die Banker und je größer die Verluste ihrer Bank waren, desto größer war auch die Unterstützung seitens der Steuerzahler, und desto erfolgreicher wurde dem Rest der Gesellschaft das Geld aus der Tasche gezogen. Wir haben es hier mit einem neuen System zu tun, das ich gern als Bankrotokratie bezeichne, die Herrschaft der bankrotten Banken. von Bankrotten Banken. Der Punkt über die Kontradikationen des Kapitalismus ist nicht speziell, ob Marx's Analyse ist relevant, wie ich persönlich in viele Fälle ist, aber es ist der Ergebnis, es ist die Synthese, und unsere Kapazität, die befürchtet und die Befürchtung zu entwickeln. Die Befürchtung ist ein, das in den Fällen von Feierbach. Auf Marx's tombstone, als ihr wisst, wenn ihr da seid, ist ein inscription, von den Fäuern, von Feierbach, das sagt, die Philosophers haben nur interpretiert den Welt in various ways. Die Punkt, however, ist zu ändern es. Das ist genau das unsere Antecedenten haben, bei entwickeln coping-mechanismus, wie die Institutionen der Regeln der Verluste, limited liability companies trades union mutual societies insurance welfare and technological discoveries that drive productivity income and jobs finding those coping mechanisms is an endless task and we need to make more progress marks finally finish the mark's that capital is what he had lived with his wife and his children and under the arm of poverty as that capital was already there was four kinder begraben nun wartete die familie auf die anerkennung die er ihrer meinung nach für dieses buch verdiente und sie hofften dass es nicht nur ihr leben sondern die welt verändern würde aber nichts geschah als das kapital herauskam begannen engels und die familie damit besprechungen zu schreiben damit es nicht übersehen wurde doch ihre buchbesprechungen sollten die einzigen bleiben marx hat sich davon nie wieder ganz erholt er stirbt am 14 märz 1883 zwei jahre nach seiner frau an seinem begräbnis nehmen nur elf personen teil engels hält die grabrede am nachmittag des 14 märz 1883 um viertel vor drei hat der größte lebende denker aufgehört zu denken ursprünglich hatte die familie marx hier in highgate eine sehr kleine und bescheidene grabstelle ganz in der nähe des heutigen denkmal erst 1956 beschloss die kommunistische partei dass ein so bedeutender mann wie marx ein größeres grab mal verdiente und so ließen sie dieses grab mal aufstellen in gewisser weise ist die symptomatisch für den umgang mit marx vermächtnis und seinen ideen die im 20 jahrhundert oft falsch ausgelegt wurden 1929 steht der kapitalismus vor dem aus und marx vorhersagen scheinen sich zu bewahrheiten zwei rivalen mit grundverschiedenen weltbildern versuchen den kapitalismus vor sich selbst zu retten ihr disput wird das 20 jahrhundert prägen und dauert bis heute an langsame solle an 1527 jahrhundert prägen und dahin 1527 jahrhundert prägen und z Liquidität 14 tresben 179 235 155 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Debatte Hayek kontra Keynes hat das ökonomische Denken eines ganzen Jahrhunderts geprägt. Nach der Finanzkrise 2008 kam sie sogar als Videoclip daher. Der Österreicher Friedrich von Hayek stritt mit dem Briten John Maynard Keynes über Wege aus der andauernden Rezession in den 30ern, der vielleicht schlimmsten Krise des Kapitalismus. Natürlich zog Hayek den Kürzeren bei der Diskussion. Seine Überzeugung mit öffentlichen Ausgaben ließe sich die Arbeitslosigkeit nicht reduzieren, galt als definitiv widerlegt. Dennoch, nach der Wirtschaftskrise von 2008 entbrennt der Streit erneut. In den USA läuft die Tea Party Bewegung angesichts der wachsenden Staatsverschuldung Sturm gegen die Regierung. Sie beruft sich zum Teil auf Hayeks radikal-liberale Ideen. In Europa dagegen stehen genau diese Theorien im Visier von Demonstranten, die gegen den strikten Sparkurs und die grenzenlose Marktfreiheit kämpfen. In den 30er Jahren schien dieser Disput gelöst und doch flammt er immer wieder auf. We've come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces of the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself? Well, naturally, I don't share it, but I must say I understand it. If you tell somebody that his path has let him to demoraise, to withdraw, may be even more painful than to go on where you are. Friedrich Hayek wurde 1899 in Wien geboren. Damals war Wien die Hauptstadt des Kaiserreichs Österreich-Ungar. Als junger Mann diente er im Ersten Weltkrieg in der österreichischen Armee. Durch diese Erfahrungen während des Krieges kam er zum ersten Mal mit ökonomischen und nationalistischen Ideen im österreichisch-ungarischen Reich in Berührung. Liebe Mutter, hier bin ich wieder in der Funktion eines Spähers, in einem Erdloch, das euphemistisch als Heldenloch bezeichnet wird. Es ist vor allem feucht, eng und ekelhaft, aber wenigstens kugelsicher. Wir sind ständigen Angriffen aus der Luft ausgesetzt. Nein, nicht von italienischen oder britischen Flugzeugen, sondern von Fliegen und Mücken und ihren Bodentruppen, den Wanzen und Läusen. Friedrich Hayek, ein Brief von der Front. Als Idealist interessierte sich der junge Hayek, der so viel Chaos erlebt hatte, der den Krieg und die politische Auflösung des alten K- und K-Reichs erlebt hatte, für Fragen der Organisation der Gesellschaft. Nach dem Krieg, zurück in Wien, schrieb er sich an der Universität ein. In Wien und speziell an der dortigen Universität hatten sich unmittelbar nach dem Krieg viele Gelehrte aus dem gesamten österreichisch-ungarischen Reich wieder eingefunden. Die Universität Wien ist die Wiege der sogenannten österreichischen Schule. Seit dem 19. Jahrhundert werden hier Alternativen zur vorherrschenden orthodoxen Ökonomie entwickelt. Im Unterschied zur klassischen Wirtschaftslehre beschäftigten sie sich jetzt nicht mehr mit großen gesellschaftlichen Einheiten, den Klassen, sondern mit den Individuen, mit der Entscheidung von Individuen, die auf dem Markt agieren. Wir leben also in einer Welt, die vollkommen individualisiert ist. In dem Sinn, dass es individuelle Konsumenten gibt, individuelle Produzenten, die als unabhängige, freie, kleine Unternehmen angesehen werden. Das war ein extremer Individualismus. Es ging um die Klassenfrage, aber dahinter stand panische Angst vor dem Bolschewismus. Die russische Revolution hatte ungeheure Auswirkungen auf Europa. Sie hat die besitzenden Klassen auf dem gesamten Kontinent in Angst und Schrecken versetzt. Allein schon die Sprache, die verwendet wurde, klang angsteinflößend. Die Diktatur des Proletariats. Hayek hatte ursprünglich gemäßigt sozialistische Ansichten. Er war der Ansicht, die Regierung spiele eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und müsse die wirtschaftlichen Aktivitäten steuern. Doch nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte, hörte er Vorlesungen von Ludwig von Mises, einem bedeutenden österreichischen Wirtschaftswissenschaftler, und begann mit ihm zusammenzuarbeiten. Mises überzeugte Hayek, das Problem des Sozialismus sei nicht, dass er nicht wünschenswert wäre, sondern dass er praktisch nicht durchsetzbar sei. Tatsächlich, Sozialismus ist nicht möglich. Die Idee der Sozialismus war immer verbunden mit der firmen Verkaufung, dass es nur ein Plan möglich ist und nur ein Plan möglich ist, und nur ein Plan möglich ist. Mises entwickelte diese Argumente in der Debatte über die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus. In ihr versuchte er, den Sozialismus damit zu widerlegen, dass es ohne ein System von Profit und Preis und Eigentum keinerlei Wertermittlung oder Wirtschaftsrechnung geben könne. Deshalb sei rationale wirtschaftliche Aktivität unmöglich. Bei Hayek fanden diese Argumente Gehör. Er entwickelte sie weiter und wendete sie in seiner eigenen Arbeit an. 60-Second Adventures in Economics. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. In this case, everyone's happy. Later free marketeers, like Austrian economist Friedrich Hayek, argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. Der entscheidende Ansatz von Mises und Hayek war, dass Preise notwendig seien, um die Produktion zu leiten. Für ein Preissystem gäbe es keinen Ersatz, weil Preise den relativen Wert aller Güter in einer Gesellschaft bestimmen. Als Beispiel führt Mises den Bau eines Hauses an. Er sagte, ein Haus könne aus Holz gebaut werden, aber auch mit Materialien wie Beton, Stahl, Backstein oder Glas. Wie viel von jedem dieser Materialien sollten für ein Gebäude verwendet werden? Ohne einen rationalen Standard, den Preise bieten, sei es sehr schwierig herauszufinden, auf welche Weise ein Haus möglichst ökonomisch gebaut werden kann. Der beton, dass es die Schöne ausgereicht ist. Er hat sich noch eine regelmäßige Bedürfnisse, um die 온도UC abzkładb SDK geöffnet. Was er die Schöne ausdrück? Was er die Schöne ausgesert? Was er eine Zahl der Ideen mit bestimmen? Wegen der Stahl-Einheit ist. Der bew carrierer Bereich der Spokanein, die Stahl-Einheit ist. Und er hat sich in den Kontext betreffen, die Stahl-Einheit ist. Er ist dasout von Herrn Klavierern! Der Verwocker ist das eine Stahl-Einheit in der Zeit. Both Altruism and Solidarity are very strong instincts, which guided men in the small group, who were serving known other persons, when his efforts were directed to the needs of familiar people. In dem Versuch, dieses ökonomische System zu rechtfertigen und rational zu begründen, das nämlich versuchten sie alle, behauptete er, das sei den Menschen eingewurzelt. Das Gehirn sei so eingerichtet und dies sei rationales Handeln. Jede andere Art von Wirtschaft oder Wirtschaftssystem würde sich ohne die Steuerung durch Preise entweder hoffnungslos verstricken oder sei schlichtweg irrational. Kurz gesagt, das Wirtschaftssystem des Kapitalismus habe Ewigkeitswert, weil es das Rationalste sei, das Wirkungsvollste und das Fährste, was den Lohn für die Mühen der Menschen anginge. Das Denkgebäude von Hayek entstand im Chaos des Ersten Weltkriegs. John Maynard Keynes dagegen reifte geistig in diesem Haus im englischen Charleston heran. Hier löste sich der junge Mann aus der strengen Erziehung, die ihm auf dem renommierten jungen Internat Eton College zuteil wurde. Keynes stammte aus einer wohlhabenden spätviktorianischen Akademikerfamilie in Cambridge, England. Er wuchs auf unter Philosophen und Mathematikern. Keynes gehörte zur Bloomsbury Group. Die Bloomsbury Group war eine kulturelle Szene von Intellektuellen und Künstlern, die sich am Fern des Jäckle gegen die Viktorianer auflehnten. Bei dieser Revolte in der Kunst, der Literatur und Philosophie ging es im Grunde genommen darum, deutlich zu machen, ein neues Zeitalter ist angebrochen und wir gehören dazu. Es war auch eine Zeit der sexuellen Befreiung. Sie brachen mit den Konventionen der Ehe. Viele Homosexuelle gehörten dieser Bewegung an, so auch Keynes als junger Mann. Keynes vertiefte sich in Wirtschaftspolitik, vor allem die des Ersten Weltkriegs. Am Ende des Krieges nahm er als Ratgeber des Premierministers Lloyd George an der Pariser Friedenskonferenz teil, aus der der Vertrag von Versailles hervorging. Eine desillusionierende Erfahrung. Sie schlug sich nieder in Keynes Buch von 1919, die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages. Dies war vielleicht das erste Buch in der Wirtschaftswissenschaft, das ein Weltbestseller wurde. Keynes verurteilte den Vertrag und sagte voraus, würde er nicht revidiert, dann würde die Rache auf dem Fuße folgen. Er schrieb, die Schulden, die die Alliierten den Deutschen aufgezwungen hatten, würden nie abbezahlt werden können. So hohe Reparationszahlungen könnten nicht Jahr für Jahr geleistet werden, das Verstoße gegen die menschliche Natur. Und er hatte Recht. Ich denke, er war der Ansicht, schlechte Wirtschaft führe zu schlechter Politik. Es bräuchte eine Wirtschaft, die mit sozialem Zusammenhalt und politischer Stabilität vereinbar sei. Wenn eine Wirtschaftstheorie dazu führen würde, dass diese beiden Dinge vernachlässigt würden, dann hätte das schreckliche politische und soziale Schwierigkeiten zur Folge. Eine solche Mischung aus Politik, Gesellschaftsanalyse und Wirtschaft war Hayek und mit ihm der ganzen österreichischen Ökonomieschule fremd. Bei Hayek werden die Reparationen und die Kriegskredite, die nach dem Ersten Weltkrieg an die USA zurückgezahlt wurden, überhaupt nicht berücksichtigt. Es ist das Verdienst von Keynes, dass er die Unmöglichkeit dieses Systems aufzeigte. Dagegen spielt in Hayeks Theorie bei der Ansammlung von Kapital höchstens der Geldzins eine Rolle. Den Kredit an sich hat er nicht behandelt. Bezüglich des Versailler Vertrags schloss Hayek aus, dass die Spekulationsblase, die 1929 platzte und zur Depression führte, in der unnachgiebigen Haltung der USA wurzelte, also in deren Beharren auf eine Rückzahlung der Darlehen, die sie ihren Verbündeten im Krieg gewährt hatten. Die europäischen Alliierten sagten zu Deutschland, ihr müsst uns so viel Geld bezahlen, dass wir den USA die Schulden zurückzahlen können, die wir gemacht haben, um euch zu besiegen. Und im Versailler Vertrag waren die Schulden Deutschlands unbegrenzt. Die Rückzahlung der Darlehen macht es erforderlich, die Zinssätze künstlich niedrig zu halten. Nur so können die Länder ihre Schulden telgen. Investoren auf der Suche nach höheren Renditen verlegen sich daraufhin massenhaft aufs Börsengeschäft. Keynes interessierte sich stark für den Börsenhandel und beobachtete die Wirtschaft intensiv. Er wollte eine Theorie für ihre realen Prozesse entwickeln. Hayek dagegen war an einer normativen Wirtschaftstheorie gelegen. Phänomene, die darin keinen Eingang fanden, ließ er außer Acht. Der Kapitalismus stürzt in eine Krise. Bis dato die schlimmste seiner Geschichte. In zahlreichen Ländern klettert die Arbeitslosenquote über die 25%-Marke. Die Industrieproduktion der USA schrumpft um die Hälfte. Überall in Europa kommt der Export praktisch zum Stillstand. Die Ökonomen wissen nicht, wie der Trend zu stoppen sei. 1931 wurde Hayek eingeladen, an der London School of Economics and Political Science Vorlesungen zu haben. Sie waren mit die erfolgreichsten Vorlesungen, die die Wirtschaftswissenschaftler in England je gehört hatten und schienen eine Antwort darauf zu geben, was bei der großen Depression schiefgelaufen war. Lionel Robbins, Professor für Ökonomie an der London School of Economics, wollte gegen Cambridge aufrüsten. Er dachte sich, holen wir diesen glänzenden jungen Mann nach London. Er kann die Vormachtstellung von Cambridge angreifen. Denn Cambridge galt damals als wichtigstes britisches Zentrum der Wirtschaftswissenschaft in Britain. So beginnt der Disput des Jahrhunderts mit der Rivalität zweier Wirtschaftsschulen. Der London School of Economics and Political Science, kurz LSE, gegen die traditionsreiche University of Cambridge mit ihrer langen Geschichte. Hier unterrichtet John Keynes, der bekannteste britische Ökonom seiner Zeit. Hatte Keynes die Lösung? Er hatte die Krise zehn Jahre lang vorhergesehen. Keynes' These besagte, dass das Niveau der Erwerbstätigkeit abhängig sei von der Gesamtsumme der Nachfrage in der Gesellschaft, also von der gesamten Kaufkraft in der Wirtschaft. A live-fast-die-young kind of chap called John Maynard Keynes cheerfully pointed out that in the long run we're all dead. So to avoid the misery of unemployment, the government should instead spend money to create jobs. Whereas if the government tightens its belt when people and businesses are doing the same, less is spent, so unemployment gets even worse. Wenn jeder versucht, mehr zu sparen und auch die Regierungen ihre Ausgaben einschränken, dann verschärft das den Rückgang der gesamten Ausgaben in der Wirtschaft und macht die Rezession schlimmer als nötig. Hayeks' Ansicht nach war zu viel Kapital angehäuft worden, weil die Zinsen von der Zentralbank der Vereinigten Staaten künstlich niedrig gehalten wurden. Diese Kapitalentwicklung war nicht nachhaltig. Und der angemessene Kurs, dem Wirtschaft und Regierung folgen sollten, bestünde im Wesentlichen in einer Nicht-Einmischungsstrategie. Sie sollten zulassen, dass sich der wirtschaftliche Abschwung von selbst regelt und schlechte Investitionen liquidiert werden. Während Hayek in London lehrt, werden seine Ideen im Deutschen Reich in die Praxis umgesetzt. Es ist sehr bedauerlich, gerade in Deutschland, dass die Erfahrungen aus den frühen 30er Jahren überhaupt keine Rolle in unserer Diskussion spielen. Wir haben ja mit dem Reichskanzler Brüning in der Tat einen Politiker gehabt, der versucht hat, in einer extremen Rezession, Depression, das Haushaltsdefizit möglichst klein zu halten. Germany, which is putting all her energies to the gigantic task of setting a house and order by hard work and sound economy, will feel encouraged in a heroic struggle for reconstruction and stability. Und Brüning hat das geschafft. Das ist sehr eindrucksvoll. Brüning hat wirklich so stark gespart, dass in dieser Phase der extremen Depression das Deutsche Reich kaum ein Defizit gemacht hat. Aber der Preis war natürlich katastrophal. Es war ein massiver Einbruch der Wirtschaftstätigkeit. Es war ein Preisverfall, eine breite Deflation und ein extremer Anstieg der Arbeitslosigkeit, der dann in Deutschland zu all den schrecklichen politischen Folgen geführt hat und an denen die ganze Welt dann doch sehr zu leiden hatte. Die Rache wird furchtbar, prognostizierte Keynes in seinem Buch. Die ökonomischen Entscheidungen würden einen sehr hohen sozialen Tribut fordern. Seine Warnung sollte sich im Wahlkampf zum neuen Reichstag 1932 bestätigen. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich-politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation, wirtschaftlich zerstört, den faulen Stand ruiniert, den Mittelstand verelendet, Die Finanzen in reichenden Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und sieben Millionen Arbeitslose. Sie können sich finden, wie sie sich finden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Heute räumen selbst Hayeks Anhänger ein. Manche seiner Ideen haben der Prüfung durch die historische Realität nicht standhalten können. Milton Friedman hat mir mal gesagt, ich konnte nie verstehen, warum die Leute in der Londoner School of Economics so beeindruckt von Hayeks Vorlesungen waren. Im Rückblick ist das ein ziemliches Rätsel. Nach Kriegsende wird Hayek vergessen. Seine Ideen landen in der Schublade. Ein deutlich größeres Interesse zeigen die aus den Trümmern emporstrebenden Gesellschaften für die Thesen von Keynes. Japan verlor 1945 den Krieg und die gesamte Nation war am Boden zerstört. Wir mussten das Land wieder aufbauen. Natürlich mussten in dieser neuen Situation auch die privaten Unternehmen Japan helfen. Um als Land stärker zu werden und wirtschaftlich besser dazustehen, mussten wir Automobile exportieren, damit die Wiesen ins Land kommen, mit denen Öl, Nahrungsmittel und so weiter importiert werden können. Toyota betrachtete es als seine Pflicht, als Hersteller von Exportprodukten die Wiesen ins Land zu bringen. In Frankreich stellt der verstaatlichte Autobauer Renault im Rahmen des nationalen Wiederaufbaus reihenweise neue Mitarbeiter ein. Ein Zeichen dafür, dass der Staat nicht unbedingt ein Feind des Marktes ist und der Kapitalismus, Hayeks Behauptungen zum Trotz, durchaus soziale Verantwortung übernimmt. Zwischen 1950 und 1980 verzeichnen Japan und Europa 30 Jahre in Folge ein rasantes Wachstum von 4 bis 5 Prozent jährlich. Aber in der Zeit von ungefähr 1980 bis 2010 erreicht das Wachstum in den reichen Ländern im Schnitt nur noch höchstens 1 bis 1,5 Prozent. Alle sehnten sich nach dem großen Wirtschaftsboom zurück, nach einer Welt, in der der Kapitalismus und die Ungleichheiten gebändigt schienen, was zum Teil auch stimmte. Aber das rührte auch daher, dass die Krisen in Folge der beiden Weltkriege und der Rezession in den Dreißigern zu einer kompletten Infragestellung des ökonomischen Laissez-faire geführt hatten. Nach 1945 führte die Macht des Staates zur Schaffung sozialer Sicherungssysteme, zum anderen aber auch zur Einführung eines Regulierungssystems für die Finanzmärkte, sowie in vielen Sektoren für die Staatsunternehmen. Dadurch ließ sich der Kapitalismus eine Zeit lang bändigen und die Ungleichheiten wurden reduziert. In weiten Teilen war dies freilich eine Illusion, begründet in der Anpassung an das hohe Wachstum. Tatsächlich hatte die Politik einen neuen Kompromiss mit dem Kapitalismus geschlossen. Keynes stirbt 1946. In einer Gesellschaft, die offenbar seine Meinung teilt. Was ist mit dem Standpunkt von Hayek? 1944 hat er dieses Buch veröffentlicht. Als Warnung vor dem, was er um sich herum entstehen sah. Hayek schrieb »The Road to Serfdom«, der Weg in die Knechtschaft, als Warnung. Wenn die Wirtschaft nach Kriegsende so organisiert bliebe wie während des Zweiten Weltkriegs, würde das zu einer diktatorischen Gesellschaft führen. Laut Hayek liegen die Wurzeln des Faschismus und Nationalsozialismus nicht im wirtschaftlichen Zusammenbruch, wie er zum Teil durch den nicht regulierten freien Markt ausgelöst wurde, sondern vielmehr in seinem genauen Gegenteil. In der Aufgabe der liberalen Ideen, die die Basis für die freie Marktwirtschaft bilden. Regulierung und staatliche Intervention hätten uns in der Vergangenheit in die Knechtschaft geführt und würden uns wieder hineinführen. Nach dem Krieg landen Hayeks Ideen auf dem Abstellgleis. Er und seine Schüler finden in den Schweizer Alpen einen geistigen Zufluchtsort. 1947 gründete Hayek die Mont Pelerin Society, so benannt nach dem Berg am Genfer See, wo das erste Treffen dieser Gesellschaft stattfand. Es war ein internationaler Zusammenschluss liberale Wirtschaftswissenschaftler, Akademiker, politischer Philosophen, Journalisten und anderer, darunter auch der junge Milton Friedman. Sie kamen in die Schweiz, um eine Woche lang über Wirtschaftsthemen zu diskutieren. Die Keynes-Gegner schufen mit der Mont Pelerin Society eine Denkfabrik. Dort trommelten sie zum Widerstand gegen Keynes. Zuerst in Chicago und dann am Mont Pelerin entwickelten sie Argumente, die für die Wiederherstellung der Marktfreiheit sprachen. Und die zentrale Figur in diesem Kreis war Milton Friedman. It was a major factor in maintaining a steady stream of influence on ideas. It enabled people who were isolated in their own countries once a year to at least to get together with people who felt the same way they did, to be in a situation in which they could discuss issues without worrying that somebody was trying to stick a knife in their back. Hayek's Einfluss ist in der Praxis äußerst gering. Dagegen spielte Friedman eine maßgebliche Rolle, was die Rückkehr zum Monetarismus angeht. Die Rückkehr zu einem Minimum an staatlicher Intervention. Während das Europa der Nachkriegszeit Hayek's Vision eines sich selbst regulierenden Marktes eine klare Absage erteilt, wird sein Liberalismus-Kredo im regierungskritischen Amerika weitaus positiver gesehen. Hayek's Kampf gegen das Vermächtnis von Keynes wird von diesem jungen Professor geführt, Milton Friedman. Milton Friedman wurde 1912 in New York geboren, als Sohn jüdischer Einwanderer aus Ungarn. Und er wuchs in eher armen Verhältnissen, nicht unbedingt auf dem niedrigsten sozioökonomischen Niveau, aber ganz und gar nicht in wohlhabenden Verhältnissen auf. von einem Well-Off-Background. Da waren viele Rewards für harde Arbeit, Enterprise und Ability. Life war hard, aber Opportunität war real. Für ihn stellte die Regierung in jeder Hinsicht das Problem dar. Die Regierung würde zu viel Geld verschwenden, die Regierung sei ineffizient. Und deshalb müssten wir dem Markt erlauben, eine wichtigere Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen, insbesondere in der Wirtschaft. Im Gegensatz zu Hayek, der aus Europa eingewandert ist und nur mit Mühe einen Lehrstuhl in den Staaten ergattert, genießt Milton Friedman als gebürtiger Amerikaner den Rückhalt einer starken universitären Einrichtung. Das Bild der Chicago School außerhalb von Chicago ist ziemlich ideologisch. Es herrscht die Vorstellung, Milton Friedman habe mit Kapitalismus und Freiheit und anderen Büchern gewissermaßen Traktate geschrieben, die Überzeugungsarbeit leisteten. Aber in seinen Kursen lehrte er das nicht. Da kam nicht eine These aus Kapitalismus und Freiheit oder Ähnliches vor. Wir lernten, wie das Preissystem funktioniert, wie menschliches Verhalten sich in der Wirtschaft auswirkt. Als einer der ersten Studenten von Milton Friedman entdeckte ich später, dass es unter seinen Studenten zwei Gruppen gab. Die einen wurden zu lebenslangen Milton Friedman-Anhängern. Die andere Gruppe war immunisiert, an ihnen prallten seine Vorstellungen ab. Ich gehörte natürlich zur zweiten Gruppe. Ich war natürlich in der zweiten Gruppe. Wenn wir das 19. Jahrhundert betrachten, ist erstaunlich, dass der Markt damals, und ich muss zu meinem Bedauern einräumen, auch heute noch, das Utopia der menschlichen Existenz darstellt. Sich selbst überlassen, wird er gute Taten erweisen, ein Füllhorn von Produkten hervorbringen und zu perfekten Ergebnissen führen. Darüber hinaus reguliert er sich auch noch selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Freiheitsgedanke ist schön für den, der vermögend ist. Den Armen bringt er nichts. Es wird immer wieder argumentiert, auf dem Markt würden sich alle als ebenwürdige Partner begegnen. Dabei sind Geschäfte unter Ebenwürdigen im Kapitalismus relativ selten. Die neoliberale Illusion ist nicht neu. Ansätze sind bereits im 19. Jahrhundert zu sehen. Frankreich ist da ein interessantes Beispiel. Das Land ist nach der französischen Revolution der Inbegriff bürgerlicher Revolution und lebt in dem Ideal, alle Menschen seien vor dem Markt gleichberechtigt. Es herrscht die Illusion, das würde reichen, um Gleichheit herzustellen. Anders gesagt, die Gleichheit auf dem Markt, mit größtmöglichem Schutz des privaten Eigentums und möglichst freien, offenen Märkten, das reicht. Und schon entsteht die ideale Gesellschaft. Nur, das 19. Jahrhundert und die Katastrophe, die sich 1914 anbahnt, haben gelehrt, das funktioniert so nicht. Fest steht, 1913 ist ein solches System in Frankreich nicht vernünftig. 70 Prozent des Vermögens ist im Besitz von einem Prozent der Bevölkerung. Vertreter des radikal-liberalen Spektrums ziehen eine völlig gegensätzliche Schlussfolgerung. Wenn Sie sagen, dass es falsch ist, die Regierung in dem freien Unternehmen zu intervenieren, um etwas über Inequalität zu machen, Sie erzeugen ein Modell eines freien Unternehmen, das nicht existiert hat und das nicht existiert hat, in der Geschichte oder in der Welt in der Welt. Ich glaube, dass alles, was für eine Freie ist, ist nicht eine Freie ist. Aber ich sage Ihnen, dass ein einzig Beispiel in der Geschichte, in jeder Zeit, in jeder Gesellschaft, in der Menschen sind relativamente freie, und ich meine nicht nur, was Sie nennen, nur eine Freie ist, ich meine Freie in der vollsten Sinne. Ich meine Freie von Menschen, um ihre eigenen Objekte, ihre eigenen Werte, um ihre Leben zu leben, Es gibt heute die Vorstellung, freie Märkte, die für den Wettbewerb offen sind, würden reichen, um zu einer harmonischen Gesellschaft zu führen. Und zu einer Verteilung der Reichtümer, bei der die Ungleichheit noch halbwegs vernünftig ist. Weit gefehlt. Nichts in der Logik des freien Marktes und des freien Wettbewerbs garantiert ein solches Gleichgewicht. Aus einem Grund, der schnell genannt ist. In struktureller Hinsicht verhindern extrem freie, wettbewerbsoffene Märkte nicht, dass der Kapitalertrag permanent höher ist als die Wachstumsrate. Und das führt praktisch unweigerlich zu einer starken Konzentration der Vermögen. Was das ausgehende 19. Jahrhundert gelehrt hat, geht verloren, als in Großbritannien und den USA der wirtschaftliche Abschwung einsetzt. Anfang der 1970er Jahre ist es mit dem Wirtschaftsboom zu Ende. Im Zuge der Krise wird die Einmischung der Regierung in die Wirtschaft als Wachstumshindernis gesehen. Milton Friedman und Friedrich von Hayek melden sich zurück. In den 70er und 80er Jahren ist insbesondere in England und in den USA zu beobachten, wie politische Bewegungen die doch relativ starken staatlichen Eingriffe infrage stellen. Zum größeren Teil ist das wohl auch eine Reaktion auf das Gefühl, dass die ehemaligen Kriegsverlierer aufholen. Die 70er stehen unter dem Eindruck, dass Länder wie Deutschland, Japan und bald auch Frankreich, ja sogar Italien, England einholen und mit den USA gleichziehen. Dagegen laufen gewisse politische Verbände Sturm. Der Wohlfahrtsstaat hat uns verweichlicht. Wir müssen zurück zum originären Kapitalismus des 19. Jahrhunderts ohne staatliche Lenkung. Das wird den angelsächsischen Unternehmern Auftrieb verleihen. Das Konjunkturtief ist für Friedman und Hayek das ersehnte Signal, um den seit Ende des Zweiten Weltkriegs eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Kurs zu ändern. Der Wohlfahrtsstaat hat uns Die Wahrheit ist, der Wirtschaftsboom in den Ländern, die besonders unter dem Krieg gelitten hatten, also Deutschland, Frankreich, Japan, ganz Kontinentaleuropa, hätte auf jeden Fall stattgefunden. Die Länder wären so oder so mit den USA und England gleichgezogen. Die Sache wurde politisch instrumentalisiert, um den Wohlfahrtsstaat infrage zu stellen. He wants to teach me something and he won't leave me alone. I tell him, there's no use in trying cause Friedrich Hayek is my guy and if you wanna get with a girl like me, you got to let go control of the economy. I said, if you wanna give me a life, Hayek ist plötzlich cool, selbst für die rebellischen Teens. Begonnen hatte alles als Kontroverse zwischen der starren wissenschaftlichen Marktsicht von Hayek und der eher lockeren Philosophie von Keynes, ausgerichtet auf die komplexe menschliche Realität. 40 Jahre später kommt es zum Rollentausch. Jetzt werden die Keynes-Schüler als Anhänger eines rigiden Modells wahrgenommen. Milton Friedman und Friedrich Hayek dagegen avancieren zu den Wegbereitern eines freiheitlichen, realitätsnahen Systems. The failure of the Keynes-Schüler System, the inflation, the return of unemployment, all that, first confirmed my prediction in the strictly economic sphere. At the same time, my studies of politics provided, I believe, answers for many problems which have begun people to bother people very seriously, that there is a good reason why I am being rediscovered, so to speak. No way! No way! No way! Since 1975, we worked under a contract, we've seen our job security eroded, our working conditions fall apart, and our money wages held intact, where prices of living go up and up, and we are tired of it! No way! Stimmt, es gibt gute Gründe, um Hayeks Ideen wiederzuentdecken. Den Finanzbossen kommen sie gerade recht, denn die Inflation und nicht enden wollende soziale Konflikte schmälern ihre Geschäftsinteressen. Die wirtschaftliche Talfahrt lässt auch die Gewinne purzeln. In der Wirtschaftswissenschaft kam es zu einer Art Gegenrevolution. Damit wurde die heute sogenannte neoliberale Agenda eingeführt, mit Deregulation und Privatisierung. In den 80er Jahren führten Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA eine Politik ein, die philosophisch und in den praktischen Massnahmen stark beeinflusst war von Hayek und Friedman. I would like to think that the kind of leadership that I would exercise in Washington is not the kind of leadership that I would pretend that I can solve all the problems I've been discussing here, but that together, you and I can. I would like to be, take the lead in taking government off the backs of the American people and turning you loose to do what I know you can do. Her supporters called it her biggest achievement. Others called it her terrible legacy. Margaret Thatcher's battle with the miners was a defining moment, not only in British industrial relations, but also in British history. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. And it must not succeed. Die Gegenrevolution, die sogenannte neoliberale Politik, wurde Anfang der 80er Jahre von Thatcher und Reagan vertreten. Sie sollte die Vorherrschaft des Kapitals über die Arbeit wiederherstellen. Und das tat sie auch. Denn wir wissen heute, dass in den Vereinigten Staaten die mittleren Einkommen und Löhne seit 1980 real nicht gestiegen sind. Wohl aber die Produktionsziffern. Die Mauer muss weg! 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 Mit dem Fall der Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion gut zwei Jahre später fällt auch der Gegner des Kapitalismus. Der Weg ist nun frei für eine neue Phase des unumschränkten Glaubens an die Selbstregulierungsfähigkeit eines freien Marktes und freien Wettbewerbs. Eines Glaubens, dass der private Kapitalismus seine eigenen Regeln generiert. Mein Name ist Jordan Belfort. Es war eine verrückte Zeit. Sie erklärt viel von der hemmungslosen Finanzderegulierung der 90er. Und unser einst dachte, der Kapitalismus sei nach dem Zweiten Weltkrieg gebändigt worden. In der Wirtschaftswunder-Nostalgie liegt auch die Sehnsucht nach einer Welt, in der ein neuer, wenn auch prekärer, Kompromiss mit dem Kapitalismus geschlossen worden war. Wir müssen uns klarmachen, dass die Reduzierung der Ungleichheiten, wie sie im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, im Grunde eine Folge der Kriege war. Oder von überhasteten politischen Reaktionen auf diese Kriege. Die Eindämmung der Ungleichheiten ist nicht das besonnene Resultat eines parlamentarischen, demokratischen Prozesses. Milton Friedman und Friedrich Hayek haben in ihrer mythischen Kapitalismusvision des 19. Jahrhunderts nie über Faktoren diskutiert, die, wie wir heute wissen, zu seinem Ausufern beigetragen haben. Die soziale Ungleichheit, das Schuldenproblem und die Spekulation. Friedman folgte Ricciardo und behauptete, Schulden können kein Problem verursachen. Und obwohl er seinen Ansatz als Monetarismus bezeichnet, spielt in seiner Theorie Geld in Wirklichkeit keine Rolle, ebenso wenig wie Reichtum. Die Banker übernahmen diese Art Tunnelblick der Chicagoer Schule. Im Kern sagten sie, keine Regulierung der Banken, keine Regulierung der Wall Street, dereguliert die Wirtschaft, dann wird alles gut laufen, denn Ökonomien finden ihr Gleichgewicht von allein. Einmal mehr wuchs die Finanzblase. Einmal mehr war sie in den ökonomischen Modellen und Debatten nicht einkalkuliert. Seit 1979 schien die große Debatte des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Nach dem Platzen der Finanzblase 2008 ist sie neu aufgebrochen. Aber ist sie immer noch aktuell? Unsere ganze moderne Wirtschaftstheorie mit Ausnahme der unkonventionellen Ansätze der Marxisten und so weiter baut auf der Vorstellung eines Systems, das so rational ist, dass es nicht in die Krise schlittert kann. Nach dem Börsenkursmodell dürfte es gar keine Blasen geben. Folglich werden sie erst gar nicht in die Theorie mit aufgenommen. Das ist sehr interessant. Die Kreditspekulation explodiert, es gibt Börsenblasen, aber die Theorie behauptet, das dürfte es gar nicht geben. Anscheinend macht die große Debatte zwischen Hayek und Keynes die Vorgänge heute nicht klarer, sondern im Gegenteil noch komplexer. Die Zeit ist reif für einen neuen, weniger bekannten Denker, dessen Ideen auch für unser 21. Jahrhundert zuzutreffen scheinen. Der Kreditsik Die TUXeste Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unter diesen Dünen ruhen die Überreste der alten mesopotamischen Zivilisationen samt ihrer Geheimnisse. Die Anfänge der Geschichte der Ökonomie. Wenn wir den Ursprung aller unternehmerischen Techniken suchen, wo gab es die erste Zinsberechnung, die ersten Handelskontrakte, das erste Geld, Preise, die erste Buchhaltung, dann zeigt sich, dass all das in einem bestimmten Teil der Welt entwickelt wurde, in Sumer, in Babylonien, dem heutigen Südirak, und zwar in Tempeln und Palästen. Athen 2012, 5000 Jahre später. Die Stadt wird zum Symbol der aktuellen Wirtschaftskrise. Die Stadt und das ganze Land befinden sich im Schockzustand. Es wird zu einem Sparpaket gezwungen, um Darlehen zu erhalten. Nach zwei oder drei Jahren Sparprogramm, das heißt der Schockpolitik, stehen wir vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Wie sind das Verschwinden einer Zivilisation und der Zusammenbruch ihrer Wirtschaft zu erklären? Welche Verbindung gibt es zwischen dem modernen Griechenland und dem antiken Sumer? Ein Wirtschaftshistoriker vertrat die These, die Antworten auf diese Fragen könnten in den Ruinen antiker Zivilisationen begraben sein. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Carrie Pollenje-Levitt besucht Wien, auf den Spuren ihres Vaters. Karl Pollenje wurde 1886 in Wien geboren und wuchs in Budapest auf. Im Ersten Weltkrieg verwundet musste er 1919, nach dem Scheitern der jungen Republik, die er unterstützt hatte, aus Ungarn nach Wien fliehen. Mein Vater war Journalist und arbeitete für eine wöchentlich erscheinende Wirtschaftszeitung, der österreichische Volkswirt. Natürlich stand er immer unter dem Druck der Abgabetermine. Seine Kolumne musste bis Donnerstagabend fertig sein. Er rauchte sehr stark. In diesem Zimmer ließ sich nicht von der einen Seite zur anderen sehen. Es war voller Rauch. Wien, einst Hauptstadt des K&K-Reiches, war 1920 eine politisch geteilte Stadt in einem Land, das gegen das wirtschaftliche Chaos ankämpfte. Als mein Vater in Wien lebte, herrschte Massenarbeitslosigkeit. Und die Sozialdemokratische Partei war sehr stark. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs gewann in Wien von 1918 an jede Wahl, bis zum Bürgerkrieg. Karl Poligny war politisch sehr engagiert und gehörte zur sozialistischen Bewegung in Wien. Wir fahren jetzt zum Karl-Marx-Hof. Das war der fortschrittlichste soziale Wohnungsbau in ganz Europa. Im Wien der 1920er Jahre, dem sozialdemokratischen Wien, gelang es, die Klassenverhältnisse umzudrehen. Hayek und seinesgleichen regte das natürlich ungeheuer auf. Denn der soziale Wohnungsbau wurde aus Steuern auf Privathäuser und privatem Wohnungsbau finanziert. 1934 wurde dieses Experiment brutal beendet. Civil war flares up suddenly in Austria. The government, deciding to suppress the socialists, counter a general strike by martial law. The strongholds in which the Schutzbund, or Socialist Defense League, hold out, are huge blocks of flats built for the Virenese workers by the socialist council of the city. The strength of the buildings enables them to prolong resistance for several days, and artillery has to be brought into action against them. Das machte großen Eindruck auf mich. Und ich glaube, das war das entscheidende Ereignis meines Lebens. Denn von da an wusste ich, auf welcher Seite ich stand. Ein Jahr zuvor hatte Karl Paulin je Wien verlassen müssen, nachdem er wegen seiner politischen Überzeugungen seine Arbeit verloren hatte und die Sozialdemokratische Partei immer mehr unter Druck geriet. Seine Tochter Carrie folgte ihm im Alter von zehn Jahren nach England. 1944. Deutschland und die meisten Länder Europas liegen in Trümmern. Intellektuelle wie Karl Paulin je beschäftigen sich mit dem Zusammenbruch der europäischen Zivilisation. Sie suchen nach Erklärungen und nach Wegen aus den Trümmern. Für Karl Paulin je ist es eine Kettenreaktion, die im 19. Jahrhundert begonnen hatte. Mit dem unbedingten Glauben an einen sich selbst regulierenden freien Markt. Unsere These besagt, dass ein Markt, der sich selbst regelt, reine Utopie ist. Eine derartige Institution kann nicht existieren, ohne die menschliche und natürliche Substanz der Gesellschaft zu vernichten, ohne den Menschen zu zerstören und seine Umwelt in eine Wüste zu verwandeln. Sein Buch »The Great Transformation« wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Paulinjes Thesen fanden Widerhall bei den Studenten im Nachkriegsamerika, die darin eine Möglichkeit sahen, den Kapitalismus neu zu denken. Ich kam 1950 an die Universität Chicago und meine Generation hatte eine ganze Reihe interessanter Ziele und Anliegen. Ganz oben auf der Liste stand die Frage »Kann es noch einmal eine große Depression geben wie die, die wir in den 1930ern durchgemacht hatten?« Die zweite Frage bezog sich auf eine neue Welt, die sich eröffnet hatte. Was ist mit den dritten Weltländern? Was können wir für sie tun? Was ist mit der Ungleichheit? Der Ungleichheit zwischen Ländern, der Ungleichheit in den Ländern? Das waren die brennenden Fragen meiner Generation damals. Und die Wirtschaftswissenschaft schien oberflächlich gesehen der Ansatzpunkt zu sein, um diese Fragen zu beantworten. Aber wer erst einmal damit angefangen hatte, fand sich in einem Labyrinth wieder, einem intellektuellen Labyrinth ohne Ausgang. Am Anfang stand der grundlegende Lehrsatz, ökonomische Probleme seien die Folge von Knappheit, es sei nicht genug da, um jedem alles zu geben, was er braucht. Weil die Ressourcen der Welt begrenzt sind und zugeteilt werden müssen. Und die beste Art der Verteilung wurde uns gesagt, sei die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft wurde uns förmlich eingetrichtert. Doch dadurch kam es zu einer Art intellektueller Entfremdung von den Warenproblemen auf der Welt. Die Wirtschaftstheorie war wie ein Fleischwolf, mit dem du Frikadellen machst. Du steckst oben altes Brot, Zwiebeln, Hackfleisch und was der Kühlschrank sonst noch hergibt hinein, drehst alles durch und was immer du machst, unten kommen Frikadellen heraus. Das war das Problem mit der Wirtschaftswissenschaft. Egal wo wir ansetzten, am Ende stand immer die Marktwirtschaft. Sie war ewig, allgegenwärtig, unentrinnbar und absolut verbindlich. Ich fühlte intuitiv, dass ich da ausbrechen musste. Ich verließ Chicago enttäuscht und verzweifelt und ging an die Kolumbia. Dort sah ich eher per Zufall, dass ein Kurs angeboten wurde zum Thema allgemeine Wirtschaftsgeschichte von einem Mann, von dem ich noch nie gehört hatte, Karl Polanyi. In seinem Kurs an der Kolumbia University lehrte Karl Polanyi, die Marktwirtschaft sei ein noch junges ideologisches System, das nicht nur die Wirtschaftsaktivitäten, sondern auch die Gesellschaft insgesamt neu organisiert hatte. Die Zukunft des Kapitalismus, wie sie auf der Weltausstellung 1939 in New York gezeigt wurde, propagierte das Credo ihres Sponsors, General Motors. Die Marktwirtschaft erfülle alle Erwartungen der Menschen und nicht nur wirtschaftliche Bedürfnisse. Das ist das Resultat einer Gesellschaft, die vom Markt gesteuert wird, schrieb Karl Polanyi. Sie assoziiert die Wirtschaft mit Vertragsbeziehungen und Vertragsbeziehungen mit Freiheit. The Great Transformation war für mich ein intellektuelles Erzbeben. Die Erde hatte sich aufgetan. Das Buch bot erstaunliche Einsichten in das Aufkommen der Marktwirtschaft im Gleichschritt mit der industriellen Revolution. Und es führte einen neuen Protagonisten ein, der vorher nie genannt worden war. Polanyi wies in seinem Werk darauf hin, dass es in der Wirtschaft noch einen weiteren Mitspieler gäbe. Es gab nicht einfach nur Marktmechanismen, sondern auch noch die Gesellschaft. Er war der Ansicht, dass vor den modernen Zeiten und dem Aufkommen der Marktwirtschaft die meisten ökonomischen Transaktionen unter der Aufsicht und nach den Regeln eines bestimmten gesellschaftlichen Akteurs stattfanden. Das konnten die Kirche sein oder die Ratsherren oder in Stammesgesellschaften die Normen auf der Grundlage von Verwandtschaft und Sitte. Nach seiner Meinung war die Wirtschaft in der Geschichte so gut wie immer in eine Gesellschaft eingebettet. Soziale Normen hatten Priorität vor wirtschaftlichen Aktivitäten. So stellte sich der amerikanische Filmregisseur D. W. Griffith in seinem Film Intoleranz von 1916 Babylon vor. Babylon war eine der antiken Gesellschaften, die Polanyi untersucht hatte. Er meinte, in der Wüste, in den Spuren dieser uralten Zivilisationen, sei eine andere Auffassung von Wirtschaft zu finden. Im heutigen Irak wurde eine Reihe von Täfelchen aus dem alten Babylon gefunden, die Verträge für den Handel des Palasts mit den abseitsgelegenen Gebieten festhielten. Ich habe hier fünf Täfelchen, die sich auf die antike Ökonomie und die wirtschaftliche Entwicklung beziehen. Dieses hier ist ziemlich groß. Es ist ein Verzeichnis der für die Landwirtschaft verfügbaren Tiere aus der Zeit der Ur-3-Periode, das heißt vom Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Das zeigt, dass die Bürokraten dieser Zeit bereits hauptbuchähnliche Schrifttafeln wie diese hatten, auf denen sie alle möglichen ökonomischen Aktivitäten aufzeichneten. Aus diesen Tontafeln wurde sofort geschlossen, Geschäfte machen sei so alt wie die Menschheit. Wenn es Geschäfte waren, dann die Art von Geschäften, wie wir sie kennen, kaufen und verkaufen und Profite machen. Diese Tafeln stammen aus einer Zeit, als vermutlich eher Tempel- und Palastbasis der Ökonomie waren, und weniger die Aktivitäten im privaten Sektor. Die Händler von damals würden wir heute wohl als Beamte bezeichnen. Ihr Einkommen stammte nicht aus den Profiten des Handels, sondern aus den Gehältern, die sie bezogen. Wir haben die Art dieses Handels missverstanden. Es ist Handel, aber nicht Handel, wie wir ihn kennen. Wir hatten uns in der Wirtschaftsgeschichte festgefahren. Wann immer wir in der Menschheitsgeschichte einen Hinweis auf Handel sahen, gingen wir sofort davon aus, er bedeute ein Geschäfte. Wir fielen zurück auf die instinktive Auffassung von Adam Smith, der Mensch habe einen angeborenen Hang zu handeln und zu tauschen. Mit anderen Worten, die Marktwirtschaft sei ein im Menschen verankerter Instinkt. Aus dieser Falle festsitzender Überzeugungen versuchte Poligny auszubrechen. Einen Weg aus diesem Irrtum sah er im Studium der antiken Gesellschaften, wo die Wirtschaft unter der Kontrolle gesellschaftlicher Normen und Vorschriften stand und anders mit Geld und Schulden umgegangen wurde als heute. In Sumer und Babylonien entsprachen Schulden dem Preis für Strafen. Wer Schulden hatte, konnte buchstäblich zum Sklaven des Gläubigers werden und im Laufe der Zeit das Bodenrecht verlieren. In Sumer verkündete jeder neue Herrscher einen Neuanfang. Und der Neuanfang bedeutete, erstens, in Knechtschaft geratene Schuldner von ihren Schulden zu befreien, zweitens, ihnen das an Gläubiger verlorene Land zurückzugeben und drittens, die Schulden zu annullieren. Dieses Gesetz übernahmen die Juden im babylonischen Exil. Und die hebräische Praxis des Drohr entsprach genau diesen drei Punkten. So wurde die Gleichstellung der Produzenten in der Wirtschaft wiederhergestellt. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen etwas von diesem Text übersetzen. Es heißt hier, was den Handel der Frau des Rabbi Sissier betrifft, das ist ein Beamter. Wegen dem du mir das geschrieben hast, so ist ihr Fall bezüglich der dreieinhalb Minas Silber abgeschlossen. Aber sie weigert sich, das Silber anzunehmen. Wir haben heute Hunderttausende gleichartiger Täfelchen aus Sumer, die uns berichten, wer Schulden hatte, wie viel und bei wem. Fast immer waren es Schulden bei staatlichen oder öffentlichen Unternehmen, also dem Palast und dem Tempel, beziehungsweise deren Einnehmern. Da die Regierung der wichtigste Unternehmer und Kreditgeber war, konnten damals im Nahen Osten Schulden recht einfach erlassen werden. Die Schulden wurden sich selbst erlassen. Das wurde in der klassischen Antike sehr viel schwieriger, wenn die Schulden privaten Gläubigern geschuldet waren. Das Römische Reich war das erste große Wirtschaftssystem, in dem Schulden nicht erlassen wurden. Mit dem Resultat, dass im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein Viertel der Bevölkerung in Sklaverei und Knechtschaft geriet. Betrachten wir die Revolten, Aufstände und Revolutionen, dann sind Schulden häufiger die Ursache für Aufstände, wage ich zu behaupten, als jeder andere Grund in der Geschichte der Menschheit. Bei jeder Form von Ungleichheit, egal ob Sklaverei, Leibeigenschaft, Feudalismus, Kastensystem, revoltieren die Menschen von Zeit zu Zeit. Aber bei Schulden revoltieren sie regelmäßig. Schulden sind ein Vertrag zwischen zwei gleichgestellten Parteien, die so lange nicht mehr gleich sind, bis eine ihre Schulden beglichen hat. Das impliziert eine mögliche Gleichheit. Und aufgrund dessen können Schulden so explosiv werden. Es ist ein weiter Weg vom Untergang des Römischen Reichs bis zur Welt der Wirtschaftskrise von 2008. Aber hier wie da ist die Schuldenfrage zentral. Und die Art, wie die Gesellschaft mit Schulden umgeht, bringt uns wieder zurück zu Karl Prollingen. Am 4. April 2012 beginnt ein 77-jähriger Rentner Suizid, um gegen die Kürzung seiner Rente zu protestieren. Rentenkürzungen gehören zu den Maßnahmen des strengen Sparprogramms, zu denen Griechenland gezwungen wurde, um Darlehen zu erhalten und einen Staatsbankrott abwenden zu können. Der Anfang beginnt also mit einem Ende. Das schickte mir mein Vater am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr auf mein Mobiltelefon. Ende. Das war seine Nachricht. Ich habe ihn gleich danach angerufen, mobil und per Festnetz. Ich konnte ihn nicht erreichen. Ich bin zu ihm nach Hause gefahren, bin rein und fand seinen handgeschriebenen Zettel. In meinem Alter kann ich nicht als Einzelner aktiv vorgehen. Deswegen sehe ich keine andere Lösung, als mir ein würdiges Ende zu setzen, bevor ich anfange, im Müll nach Essen zu suchen. Wir stehen vor einem wirtschaftlichen Desaster. Offiziell haben wir eine Arbeitslosenrate von 22 Prozent. Das bedeutet, die wirkliche Arbeitslosenrate muss bei etwa 30 Prozent liegen. Wir stehen am Rand einer humanitären Katastrophe. Während wir hier miteinander reden, durchsuchen mindestens 20.000 Menschen den Müll nach Nahrung und anderen lebensnotwendigen Dingen. Da darauf bestanden wird, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhält, wächst sich die Wirtschaftskrise zu einer politischen Krise aus. Die Demokratie war nie sehr gefestigt, sondern ein unvollkommenes und unsicheres System. Aber niemals zuvor war die Demokratie derart in Gefahr wie jetzt. Ich komme aus einem Land, aus Griechenland, in dem die politischen Eliten verschwunden sind. Sie haben jegliche Legitimität verloren. Nicht nur die Regierung hat ihre Legitimität verloren, sondern auch jede einzelne politische Bewegung. Und das ist ein sehr bedeutender Umschwung in dem Land, in dem die Demokratie geboren wurde. Die einzigen Nutznießer sind die Faschisten. Denn dieses Klima von Bankrotokratie und Verlust aller Hoffnung brütet das Schlangenei aus. Und ein viel Hoffnung. Die Demokratie, die Politikerinnen und Verlust aller Hoffnung brütet das Schlangenei aus! Warum und bei wem muss das bankrotte Griechenland weiterhin Schulden abbezahlen, während es sozial und wirtschaftlich doch schon einen hohen Preis zahlt? Schulden haben eine seltsame moralische Macht über uns. Sie scheinen alles zu rechtfertigen. Aber weshalb können Sie jede andere moralische Erwägung übertrumpfen? Diese Art moralischer Verwirrung, dieser moralische Konflikt bei Schulden reicht Jahrtausende zurück. Solche Konflikte gab es schon seit jeher. Und ich glaube, der Grund dafür liegt in der Frage, was Schulden eigentlich sind. Schulden sind ein Versprechen, aber ein sehr seltsames Versprechen. Ich würde sogar sagen, es ist die Perversion eines Versprechens, denn es ist ein Versprechen, das durchtränkt ist von einer Mischung aus Mathematik und Gewalt. Deshalb versucht auch die Mafia, alles in Schulden zu verwandeln. Und wenn sie die Schulden eintreibt, moralisiert sie. Weil es um ein Versprechen geht, werden Schulden geradezu zur Sünde. Bei anderen erpresserischen Beziehungen ist das nicht so. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Schulden tatsächlich das wirksamste Mittel sind, um bei einer eigentlich gewaltsamen Erpressung den Anschein von Moral zu wahren. Und es dabei so aussehen zu lassen, als sei das Opfer moralisch irgendwie im Unrecht. Wir sagen uns über eine Person. Diese Person könnte jemanden sein. Wir heißen ihn Alex. Wir machen Dinge mehr kompliziert. Wir sagen uns, Alex ist ein Greek. Based auf die Geschichten du hörst, Alex ist auch ein Lazy, Cheating, Ungrateful, Helpless, Corrupt, Violent, Rude, Racist, Tax-Evading, Trouble-Making, Thieving-Vandal, der mit seiner Mutter lebt. Well, die Geschichte sagen es. So, es muss wahr sein. Schulden sind immer verhandelbar. Vorausgesetzt, es sind Schulden zwischen Gleichgestellten. Zwischen Menschen von gleichem Status halten wir Schulden für neu verhandelbar. 2008 erlebten wir, dass, wenn es sich um die American Insurance Group, die Bank of America oder die Citibank handelt, Billionen Dollar Schulden wie durch Zauberhand bereitwillig abgeschrieben werden. Da gibt es kein Problem. Aber wie kommt es, dass die Schulden der American Insurance Group abgeschrieben werden können, die es bei den Schulden Griechenlands aber nicht möglich ist? und oft, die Griechen kann. Clap auf, 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 when times are good and you make the profit, clap auf, when times are bad, just clap auf, the free market and the glorious state will provide. Die einzige mögliche Erklärung ist, dass die Leute davon ausgehen, die American Insurance Group würde von Menschen wie ihnen selbst betrieben. Und wer die Weltgeschichte betrachtet, erkennt tatsächlich, dass Schulden zwischen Gleichen etwas fundamental anderes sind als Schulden zwischen Mächtigen und Machtlosen. Was ist geschehen? Wann sind Schulden zu einer rein wirtschaftlichen Angelegenheit geworden? Wann hat die Wirtschaft Vorrang vor den sozialen Beziehungen bekommen? Karl Poligny zufolge geschah das im Zuge der Neuordnung der Gesellschaft während der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde Arbeit, Land und Geld in Handelsware verwandelt. Aber die Arbeit, schreibt er, das Land und das Geld sind keine Handelsware. Arbeit ist nur eine andere Bezeichnung für die menschlichen Aktivitäten, die das Leben selbst ausmachen. Der Markt hat seine eigene Logik, sofern es um normale Güter geht, um Tauschbeziehungen. Aber wenn die Arbeit selbst zur Ware wird, wird es für die Gesellschaft gefährlich. Poligny sagt, wenn die Arbeit in Handelsware verwandelt wird, riskiert die Gesellschaft in sich selbst zusammenzufallen. Seine zweite Vorahnung betrifft das Geld. Geld ist nichts weiter als ein Zeichen für Kaufkraft, schreibt Karl Poligny. Geld ist zu wichtig, um es der Initiative von Privatbankiers zu überlassen. Laut Poligny muss die monetäre Ordnung vor dem opportunistischen Verhalten von Privatleuten geschützt werden. Sein drittes Anliegen, die Natur, ist kein Akteur wie alle anderen. Poligny zufolge ist Grund und Boden nur ein anderer Name für Natur. Und die ist kein Produkt der Menschen. Die Natur mit den Mechanismen des Marktes verwalten, das ist Illusion. Angesichts komplexer und irreversibler Prozesse wie der Klimaerwärmung versagt jedes Preissystem. Und wieder die dritte fiktive Ware von Poligny. Und daran können Sie erkennen, dass Poligny die Persönlichkeit unseres Jahrhunderts sein sollte. Denn es geht darum, diese drei Waren, Arbeit, Geld und Natur, wieder in die Gesellschaft einzubinden. Mit den Schulden Griechenlands lässt sich Polignys Vorstellung von Geld als fiktiver Handelsware gut illustrieren. Die Geschichte beginnt hier in Frankfurt, dem Finanzzentrum Deutschlands. Die deutschen Banken sind die größten Gläubiger Griechenlands. Gläubiger werden immer versuchen, ihr Geld zurückzubekommen. Sie fordern das geliehene Geld zurück. Sie versuchen, die Darlehen zu verlängern, mehr Steuern zu erheben. Sie drängen die Griechen zur Privatisierung ihrer Aktivposten, um ihr Geld zurückzuerhalten. Damit Griechenland seine Schulden tilgen kann, wurde angeboten, dem Land mit weiteren Darlehen zu helfen, im Austausch gegen Sparmaßnahmen und die Privatisierung der öffentlichen Vermögenswerte. Es gab kein Rettungspaket für die Griechen oder die Iren oder die Portugiesen, sondern den zynischen Versuch, die Verluste der deutschen Banken den deutschen Steuerzahlern aufzubürden. Aus griechischer Sicht wollten die nordeuropäischen Länder ihre Banken vor katastrophalen Verlusten schützen, zu denen es kommen würde, sollte es Griechenland nicht gelingen, seine Schulden zu bezahlen. Im Mai 2012 gab es dieses bemerkenswerte Beispiel für eine Bankrotokratie im europäischen Stil. Der griechische Staat borgte sich Geld vom europäischen Rettungsschirm, der natürlich von deutschen Steuerzahlern gesichert wurde. Aber was geschah mit diesem Geld? Wurde es verwendet, um die griechische Wirtschaft anzukurbeln? Um Arbeitslosengeld zu zahlen? Die Arbeitslosigkeit liegt mittlerweile bei 25 Prozent. Nicht ein Cent wurde in irgendeiner Form in die griechische Wirtschaft gesteckt. Dieses Geld, diese vier Milliarden, wurden verwendet, um die griechischen Staatsanleihen zurückzukaufen, die die Europäische Zentralbank erworben hatte. Die Europäische Zentralbank hatte diese Anleihen preiswert gekauft. Aber als sie im Mai 2012 fällig wurden, forderte die Europäische Zentralbank den vollen Nennwert der Anleihen. So musste Griechenland von Deutschland Geld leihen, um der Zentralbank eine Summe zu erstatten, die weit über dem Preis lag, den die Zentralbank für diese Anleihe bezahlt hatte. Der Rettungsschirm ist ein fantastischer Marketing-Trick und alles andere als eine Rettungsaktion. Tatsächlich hält er den Patienten am Leben, hält Griechenland solvent, sodass es nicht erklären muss, seinen Verpflichtungen nicht nachkommen zu können. Denn dann würden die Banken und Gläubiger schlecht wegkommen. Mit diesem sogenannten Rettungsschirm bleibt Griechenland solvent. Und so lässt sich Zeit gewinnen, um durch Steuern oder Privatisierung so viel Geld wie möglich herauszupressen. Es ist richtig, man könnte, wenn man zynisch wäre, sogar sagen, die Banken haben den Kommunismus für sich entdeckt. Solange die Geschäfte gut gehen, machen sie Profite, große Profite, große Bonusses, alles Bestens. Wenn die Geschäfte schlecht gehen oder gar ein Kollaps droht, sind sie too big to fail, zu groß, um zu scheitern. Und insofern, was immer sie tun, es scheint die Sonne und es regnet man nach. Das könnte man nicht nur zynischerweise so sagen. Insofern hat die These an der Oberfläche etwas für sich. Der Kapitalismus als Produktionsweise geht sehr viel tiefer. Das ist nicht nur, ob Banken ausgekauft werden oder nicht. Man muss hinzufügen, was wäre die Konsequenz gewesen? Hätte ich die Banken rausgekauft, wenn ich in der Regierung gewesen wäre? Ja. Warum? Weil wir es mit einer Krise zu tun haben, die, wenn es zu einem massiven Bankenkollaps geführt hätte, und das wäre gekommen, wenn es die Bailout-Pakete nicht gegeben hätte, also wenn es die massive staatliche Intervention mit Hunderten von Milliarden, Euros, Dollars, Jens, Jens, was auch immer, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es einen massiven Bankenkollaps mit einem massiven Zusammenbruch der Weltwirtschaft nach sich gezogen. Diese Konsequenzen, die kann niemand wollen. Das sind wir uns hoffentlich klar. Poligny hat den Schiffbruch vorhergesehen, den der von ihm sog. fiktive Aspekt von Geld als Handelsware nach sich zieht. Er wird sich für die Unternehmen als ebenso katastrophal erweisen wie Überschwemmungen oder Dürren für die primitiven Gesellschaften, schrieb er. Keine Gesellschaft kann in einem derart grausamen, fiktiven System bestehen. Poligny erntete mit seinem Buch The Great Transformation sehr viel Gegenwind. Die Gesellschaft als wichtigen Protagonisten zu betrachten, das war neu. Denn für die, die sich mit Wirtschaft befassten, hieß die Schlüsselidee Individualismus. Gesellschaft gab es nicht. Auf der einen Seite ist da das Konzept meines Vaters von der Entbettung der Wirtschaft. Die Vorstellung, dass der Kapitalismus das Wirtschaftsleben aus der Einbettung in die Gesellschaft herausgelöst hat. Oder vielmehr die Gesellschaft transformiert hat, um der Wirtschaft zu dienen. So dass die ökonomischen Beziehungen immer stärker darüber bestimmen, wie wir uns in der Gesellschaft aufeinander beziehen. Das Märchen vom Konsum. Konsum treibt unsere Wirtschaft an. Er wurde zur Obsession unserer Politiker. So hätte Präsident Bush nach dem 11. September, als sich unser Land im Schock befand, alle möglichen angemessenen Reaktionen vorschlagen können, wie trauern, beten, hoffen. Aber nein. Er sagte einkaufen. Einkaufen. Von Staatsbürgern sind wir zu Konsumenten geworden. Eine Nation von Konsumenten. In der Perspektive meines Vaters ist es eher umgekehrt. Da ist die Gesellschaft die Grundlage. Und die Wirtschaft beruht gewissermaßen auf der Gesellschaft. Und wenn diese Verbindungen sich auflösen, wenn die Wirtschaft nicht mehr in die Gesellschaft eingebettet ist, sondern ein Eigenleben annimmt und bestimmt, was wir tun und wie wir arbeiten und wie wir konsumieren und wie wir denken, dann haben wir am Ende ein System, das nicht nachhaltig ist. Denn es zerstört die sozialen Beziehungen und darüber hinaus die Beziehung zu unserer natürlichen Umwelt. Der Platz in Athen, wo Dimitris Christoulas sich das Leben genommen hat, ist zu einem Ort der Besinnung geworden. Sein Begräbnis verwandelte sich in eine politische Demonstration. Polanyi stellte die Gesellschaft in The Great Transformation als unumgängliche Macht dar. Damit meinte er, dass neu aufkommende Marktinstitutionen blindlings gegen eine unverrückbare Mauer anrennen, die Gesellschaft selbst. Und der Grund, warum beide aufeinander prallen, ist, dass die neue Marktwirtschaft eine Art Netz ausgeworfen hat, das alles überzieht. Überall ist, dass alle Abenteuer ist. Das, Vater, das nicht. Du warst damit, dass die Freiheit, die Demokratie, die negativität haben. Du warst damit, dass die Politik um uns amessen mit in Richtung der PEssung, das die Impfung und öffentliche und öffentliche Apartheid hat. Du warst damit, dass die Lebensenheit verabschieden, die Lebensenheit und das Fliehen unserer Lande verabschieden. Du warst damit, dass diecolletisch die Formen nicht umgänglich verabschieden. Und die Kinder nicht beabschieden die Gebote. Du warst damit, dass die Gesundheit der Kapitalismus beabschieden, du an das Leben verabschieden, Was wir jetzt erleben, ist nur der zugespitzte Konflikt zwischen der Demokratie und dem Markt. Mein Vater sagte, es gebe ein Problem, da sei ein Widerspruch zwischen Kapitalismus und Demokratie. Kapitalismus und Demokratie würden uns als komplementär dargestellt, als zusammengehörig. Aber bei näherer Untersuchung sei das nicht so. Nicht, wenn der Kapitalismus die Form dieses krassen Finanzkapitalismus annehme und sich politische Prozesse bemächtige. Wie viele Treffen zwischen Merkel und Sarkozy und dem Leiter der Europäischen Zentralbank gab es. Das ging ganze Nächte hindurch. Und da treffen sie wichtige Entscheidungen, als ob sie das Problem lösen wollten. Und dann wachen sie am nächsten Morgen auf und schauen nach, was der Markt dazu sagt. Wir haben Gesellschaften mit demokratischen Institutionen, mit demokratisch gewählten Politikern. Doch gegenüber dem Urteil des Marktes sind sie machtlos. Für den zeitgenössischen Beobachter ist das ein Paradox. Warum haben die Finanzmärkte so viel Macht? Die Wähler wählen von Zeit zu Zeit, alle fünf Jahre zum Beispiel, einen Präsidenten, ein Parlament. Regelmäßig finden Lokalwahlen statt. Aber die Finanzmärkte bewerten tagtäglich alle 20 Sekunden die Kosten für die Refinanzierung von Schulden der öffentlichen Hand. Unser Finanzkapitalismus unterscheidet sich nicht so sehr vom Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts. Aber der neue, globalisierte Finanzkapitalismus von heute enthält ein Element, das im 19. Jahrhundert und sogar in der ersten Globalisierung der Finanzen bis 1914 vollständig fehlte. Das Ausmaß der Undurchschaubarkeit der Finanzen und die verwirrende Verflechtung von Positionen und Besitzverhältnissen zwischen verschiedenen Ländern. Das heißt, 1900 oder 1910 war die Besitzstruktur von Finanztiteln sehr viel einfacher. Damals war im Großen und Ganzen klar ersichtlich, wenn ein Land Finanztitel eines anderen hielt. Heute ist die Situation sehr viel komplizierter. Denn durch ein System ausgeklügelter Finanzdienstleistungen hat das Spiel mit zwischen den Ländern hin- und hergeschobenen Finanztiteln bei der Bevölkerung dieser Länder das Gefühl geschaffen, enteignet zu sein. Und es ist nicht nur ein Gefühl, enteignet zu sein, sondern tatsächlich eine Realität. Denn jedes Land, jedenfalls die Unternehmen in jedem Land, die Immobilien in jedem Land, die Schulden der öffentlichen Hand, sind zu 50 oder manchmal 60 bis 70 Prozent im Besitz anderer Länder. So dass jeder im Besitz des anderen ist, manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein. Für Adam Smith war ein freier Markt, ein Markt frei von Rentiers. Das heißt von Menschen, die einkommen bezogen, ohne dafür zu arbeiten. Heute bedeutet ein freier Markt Freiheit für Rentiers, für die Landbesitzer, für die Banker und für den sogenannten Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor. Das Gegenteil hatten Adam Smith und die späteren klassischen Wirtschaftstheoretiker propagiert. Karl Poligny starb 1964. Seine Asche wurde in seine Heimat Budapest gebracht. Die Stadt, die er 45 Jahre zuvor verlassen hatte. Er hat eine solche Renaissance erlebt. Seine Ideen sind lebendiger als je zuvor. Die Wirtschaft muss eine untergeordnete Rolle spielen. Die Wirtschaft ist wichtig, aber sie darf nicht alle anderen Aspekte des Lebens der Menschen und der Gesellschaft außer Kraft setzen. Oder sie kolonisieren, wenn sie so wollen. Der wichtigste Schlüssel ist, es sind mehrere Zukunfte möglich. Es gibt keine rein wirtschaftliche Macht, die über die Dynamik der Verteilung von Reichtum bestimmt. Vielmehr sind in den verschiedenen Ländern viele mögliche Entwicklungen denkbar. Die Zukunft ist nicht festgeschrieben. Um für zukünftige Entwicklungen auf den Punkt zu bringen, was aus der Geschichte gelernt werden kann, dann wäre das, die Dynamik zu vermeiden, die daraus erwächst, wenn Kapitalrenditen strukturell stärker sind als die Wachstumsrate. Wenn wir auf der Erde ungeheuer reiche Milliardäre haben, deren Vermögen vier- bis fünfmal schneller wächst als die gesamte Weltwirtschaft, dann haben wir ein Problem. Wenn nicht demokratische und friedliche Formen gefunden werden, um Ungleichheiten zu beseitigen, dann werden sich andere Formen herausbilden. Denn die Geschichte geht immer ihre eigenen Wege und erfindet immer neue Lösungen für Probleme. Diese können manchmal sehr gewaltsam sein. Und ganz und gar nicht mit dem übereinstimmen, was wünschenswert gewesen wäre, wären diese Probleme rechtzeitig kollektiv angegangen worden. Und das geht natürlich um es um die Überflüssungen zu machen. Und zwar die Die Möge zu machen, weil sie die Kompon im Bedürfnis wird, wenn sie den verschiedenen Teilen bewirken hinzufügen, sie werden auf die Länge eingezogen, die Möge zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020